So, bin ich schon live? Sind wir schon live? Bin mir nicht sicher. Könnte sein, dass wir schon live sind. Schauen wir mal. So. Okay. Mal gucken. Ja, es sieht so aus, als wäre ich schon live. Wir machen erstmal hier die Heras weg, die Heros, die Benditos und Benditas und die Prinzessinnen und die Prinzen. So. Except Cookies. Weg damit. Except Cookies. Weg damit. So. Wunderbar. Ich winke in die Runde. Einen schönen guten Abend. Ich muss gerade hier mal das Mützchen ein bisschen lüften. Ich fange nämlich das Schwitzen an. Da kann man die Heizung ein bisschen runterdrehen, wenn man Nikolaus ist. Das freut den Herrn Habeck. Ich sage erstmal einen schönen guten Abend. Jürgen, Licker, Marco, Kilroy, der Experte, Tom, Max, Michael, Sonny, Sasmir, Anton, Martin, Luk, Dehes, Michael, Urlaubsziel, Holger. Einen wunderschönen guten Abend. Und alle, die jetzt noch nachkommen. Volker ist auch da. Und die Michi-Stütz machen wir dann natürlich wieder in einer konzertierten Aktion. So wie immer. Damit ich nicht immer zwischendrin euch abhalte. Also Sven hat jetzt schon wieder 5 Community-Subs gegiftet. Geht schon wieder gut los. Wir haben einen neuen Chatter. Der schreibt Servus, Beinand. Das ist ein Ostfriese. Ich lege mich fest. Germany. Sag mal, bist du Ostfriese? Das muss ein Ostfriese sein, weil wenn der Servus, Beinand, sagt, dann ist es ein Ostfriese, oder? Oder hier auf Stufe 3 wieder abonniert. Der kann auch großzügig sein. Was hat der mich gelobt? Was hat der mich am Freitag gelobt? Ich habe erst gedacht, der verarscht mich. Und er hat aber wirklich gesagt, ihm hat das Gespräch mit ABB ab der zweiten Hälfte, die erste war ihm wohl noch zu viel Vorstellung und zu viel allgemein, ab der zweiten Hälfte hat ihm durchaus gefallen. Und das beim Otto dem alten Mieselbrief. Das ist ja, bei dem ist ja einmal nicht geschimpft, ist schon genug gelobt. Ich hole jetzt aber auch mal den Discord mit in den Stream. Lieber Discord, hohohoho, frohen ersten Advent, wollt ihr mal hohoho sagen? Okay, das dürfte es an Hoos gewesen sein. Der Chat begrüßt auch den Discord. Wollt ihr kurz mal das hohe Lied auf das ABB-Interview vom Freitag singen? Stimmt es an, lobt mich mal richtig. Ich höre es mir gerne an jetzt. Habt ihr auch keinen Ton? Ich glaube, der Discord ist weg. Irgendwie kommt da nichts. Hallo! Wie hat euch das Gespräch am Freitag gefallen, ihr Mieselbrims? Mit solchen Leuten? Albert? Ja, war gut. Aber singen durch prinzipiell nicht. Das ist im übertragenen Sinne. Niemand will, dass du singst, Albert. Also mal, Albert hat es gefallen. Das war es. Wer kommt da denn mehr? Dann lesen wir mal Chatnachrichten, was ihr so schreibt. Ho, ho. Ho, Discord, schreibt der Sassmir. Nichts gesagt, ist genug gelobt. Jawohl. Terrain, sagt der Wuschel. Jörg sagt, ho, ho, ho. Hallöle DC, sagt der Bad, Namen der Heiko. So. Das war schon geil, sagt der Vollkott. Na, wenigstens mal einer. So, dann sagt der Martin, ho, ho, ho. Stimme euch zu, Discord. Tja. Also dann mag es ja auch nichts gesagt. Sing, sing, sagt der Dirk. Ich habe nicht einmal das Video gesehen. Ja, toll, Ari. Musst du mal die Kommentare dir angucken. Keine Antwort ist auch eine Antwort. So sehe ich das auch, Tom. So. Wie gesagt, nichts gesagt. Ist genug gelobt, sagt der Chris. Tobias ist noch nachgekommen. Hast du deinen EV6 endlich? Wie sieht es eigentlich aus? Gibt es Neuigkeiten von deinem GT-Otto? Nein, morgen ist der 28. Schauen wir mal. Jan, morgen soll er beim Händler ankommen oder sollst du morgen eine Info kriegen? Nee, morgen ist so gesagt worden, dass er morgen ankommen wird. Aber ich glaube es nicht. Also wir drücken alle die Daumen. Hier in Fulda stehen ja schon zehn Stück. Mit Erstzulassung. Ja, genau. Das ist ja der beste Händler aller Zeiten. Das kann ich euch gerade mal zeigen. Immer diese Händler um Fulda herum. Ja, also in Fulda gibt es eigentlich keine seriösen Leute. Rund um Fulda, im Landkreis Fulda insgesamt. So, und vor allen Dingen Leute, die beim Landkreis direkt arbeiten, da sind ganz viele, die unseriös sind. So, EV6 mache ich mal Preis. Brauchst nur auf die Leistung einschränken, dann kommt der eh sofort. Ich habe eigentlich 80.000 Euro eingegeben und ihr zeigt mir jetzt auch Autos mit unter 80.000 an. Was ist denn das für ein Case? Ach, bis 80.000. Ich wollte ja über 80.000. Moment. Weil die Dinger sollen über 80.000 kosten. Zwei Angebote. Hier. Da haben wir schon. Zack. Kia EV6 mit 430 kW Allradantrieb. Also, ja, haben wir keinen Umweltschützer mit dem Auto. Das muss man ganz klar sagen. Wer braucht denn so viel Leistung? 82.900 Euro. Und was dazu kommt. Die sind schon zugelassen. Kilometer, das stand 10 Kilometer. Und auf, ähm, hier genau. Erstzulassung 11.2022. Der hat also schon mehrere Fahrzeuge dastehen, so wie es aussieht. Also mindestens eins. Und das verkauft er für 82.900 Euro. Schreibt er noch irgendwas? Alle Anzeigen. Fahrzeugbeschreibung. Ausstattung. Okay, da kommt hier die Ausstattung. Das war ja der Schlüssel. Deutsche Ausführung. Ähm, Parksensoren. Vehicle to load. Ja, ich weiß gar nicht, ob es da viel dazu zu konfigurieren gibt. Wir können ja gerade mal gucken bei Kia. Nicht viel außer Farbe. Okay. Der Frosch meint nicht viel außer Farbe. Wir checken es gerade mal nach. Na, gehst du zu? Konfigurator. Du musst dazu sagen, das Bild, das da abgebildet ist, ist ein GT-Line und kein GT. Das ist also kein GT, sondern ein GT-Line. Ja, siehst du schon an den Spielzeugrädern, die das Auto dran hat, ne? So. Ähm, 69.990 Euro. Hauptmerkmale. Äh, einen Motor auswählen haben wir schon. Okay, wir gehen auf Weiter. So, Farbe. Wir nehmen Schwarz. So. Weiter. Was können wir noch konfigurieren? Ein Glasdach können wir noch dazu konfigurieren. Weiter. So, und das alles ist nur Zubehör. Das ist bestimmt immer dabei. Das heißt also, der Händler will gerade mal 10.000 Euro mehr, als das Auto neu kostet. Und die Umweltbrämie gibt es ja nicht weiter. Ja, weil das Auto ja zugelassen ist. So sieht es ja wirklich aus, ne? Weil er schreibt ja hier, Erstzulassung 11 2022. Ich sage euch aber auch ganz klar, ob der das Auto wirklich bekommt in 11 2022. Ist sehr, sehr fraglich. Also, dass das schon dort irgendwo steht, ist im Prinzip ausgeschlossen. Das, vielleicht hat er einen EV6 gehabt, aber er hat keinen GT. Also, ich könnte ja da auch mal vorbeifahren, ne? Könnt ihr ja mal einfach gucken. Vielleicht mache ich das mal. Ich will ja morgen eh nach Fulda, um mir was Leckeres zu essen zu holen. Ich will morgen mal wieder was Richtiges essen. Ähm, und da könnte ich ja da mal vorbeifahren. Und mal gucken, ob ich, ähm, auf dem Platz den Kia EV6 GT finde, ne? Mal ein bisschen Recherche machen. Aber ich kann, ich kann es mir echt nicht vorstellen. Ähm, wir gucken mal. Interview nicht gesehen. Schreibt auch der Kim. Ja, da hast du was verpasst. Okay, jetzt gucken wir mal. War ein gutes Gespräch. Gerne wieder. Danke, Licker. Das ist lieb von dir. Also, in dem Dreiergespräch sahen zwei Teilnehmer gut aus. Lass doch den armen Thomas in Ruhe. Michael, das kann doch jetzt sein, dass du jetzt auf dem auch wieder rumhackst, ne? Das ist der Ex-Hestfahle immer. Junge, attraktive Menschen werden von dem immer geneckt. Äh, mache morgen in der Firma. Sagt der Arjen, was auch immer das heißen mag. Äh, der eine sah aus wie ein junger, gepflegter. Tyrion. Was ist denn Tyrion? Keine Ahnung. Toller Weihnachtsmann, Nikolausi. Dankeschön, Sir Douglas. Ähm, Interview nicht gesehen. Schreibt doch Kim. Genau, das war schon. Das Video war sehr interessant und wirklich gut. Danke, Tom. Meinen EV6 habe ich seit 24.10. Habe schon einen Plan für einen Ioniq 6. Was? Du hast das Auto doch gerade erst mal. Bist schon zufrieden. Gibt's doch nicht sowas. Oh, ich muss aufpassen. Das ist auch mein, mein, äh, äh. Habt ihr überhaupt wahrgenommen, dass ich da auch ein Adventslicht habe? Habt ihr wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen. So, ähm, ich habe es sehr interessant gefunden. Vor allem der technische Part. Also, dem Chris ging es so wie dir, Otto. Äh, Michi inbegriffen, sagt der Tobias. Äh, keine Ahnung. Hab heute einen neuen E-Niro gesehen. Äh, sieht gut aus. Ja, finde ich auch. Der ist, äh, Facelift ist gut geworden. Ähm, so. Kia macht Werbung für den EV6 in Katar. Das gibt aber ein fettes Minus auf der Image-Seite. Naja. Die machen alle mit allen Geschäfte. Also, dieses, sich auch was rauspicken, das funktioniert einfach nicht. Vielleicht funktioniert es. Vielleicht können sich das manche Firmen leisten. Aber die meisten, die, die schwimmen mit dem Strom und fertig. Ne, es geht immer ums Geld. Der Nikon sagt, na, Bünd und schönen ersten Advent gehabt zu haben. Noch haben wir ihn. Vielen Dank, lieber, äh, Nikon. So, der Frank ist zurück. Hallo, Frank. Steht auch fett Musterbild? Steht da Musterbild? Steht da Musterbild? Hier steht net Musterbild. Hier steht net Musterbild. Hier net. Hier net. Hier steht Musterbild. Ah, aber hier net. Müsste da net überall Musterbild stehen. Okay, da steht Musterbild. Da hast du recht. Das haben wir net gesehen. Ähm, äh, bo, 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 bo. Hat er dir recht? Äh, oder Chris hat's auch gesagt. Äh, IAC macht Importe. IAC. Okay. Meint er, dass er deshalb, ähm, wir können ja mal gucken, ob die im Internet auch zu finden sind. Mal schauen. Suchen. Ähm, pkw.de. Hier. Sind sie doch. Hier ist die Internetseite. Alle akzeptieren. Wir sind für sie da. Wir sind kompetenter Händler für preiswerte Gebrauchtwagen. Privat- und Firmenwagen, die perfekt zu ihren Anforderungen passen. Reparatur, Wartung und Instandhaltung. Individuelle Beratung. Umfangreiche Optionen für Ausstattung und Zubehör, maßgeschneiderte Finanzierungsmöglichkeiten. Und da sind die Autos. Also, ähm, und hatten die net auch was geschrieben von wegen günstige Gebrauchtwagen? Oder war da, bin wir in die Perfektion einfach? Ne, der steht net. Top Gebrauchtwagen. Er steht aber net da, dass sie günstig sind. Okay. Da muss man ehrlich sein. Da steht nichts von günstig. Und, äh, der EV6 ist ja, muss man jetzt auch ehrlich sein, ist net richtig günstig, ne? So, ähm, dann kann er ihr doch erst sechs Monate später, dann kann er ihn doch erst sechs Monate später verkaufen. Nein, Hammokar, er kann das Auto ja zulassen und dir das Auto schon überlassen und es wird erst in sechs Monaten umgemeldet. So machen das ja manche. Wer hier irgendwas anprangert, nutzt hoffentlich keine Apple-Produkte, schreibt er in den Vormund. So kann man es auch wieder net sagen. Wenn jemand sich dazu entscheidet, ähm, in bestimmten Bereichen auf chinesische Produkte zu, ähm, verzichten, er es aber nicht im ganzen Leben schafft, finde ich das jetzt erstmal nicht so schlimm, aber wie du schon sagst, wenn er dann anfängt und den Finger hebt, dann wird es schwierig. Also im Sinne von den, den Du-Du-Du-Finger, den Belehrenden. So, der Tobias schreibt, ja, ich bin total unzufrieden, äh, aber warum sollte ich als kleiner Mann nicht auch mal von irgendeiner ihren Marktsituation profitieren, nicht immer nur die Voll, äh, die Voll, die Vollstecker? Meinst du mich damit? Außerdem erstmal abwarten, ob der Ionix 6 was für meinen zarten, äh, Elfenfuß ist. Ja, auch mit dem Sitzen ist ja beim Tobias auch ein bisschen ein Problem, der hat ein Muster also in dem Auto aussitzen können, ne? Wenn das vom Sitzen her nicht passt, dann ist das auch nichts für ihn. Und, ähm, beim Tobias, der hat ja den Kia EV6 mit Heckantrieb, glaube ich, und dem großen Akku, wenn ich mich recht entsinne, ist halt auch die Frage, ob da noch ein Markt so da ist, wie es jetzt in dem Fall war, wo ich meinen verkauft habe und wovon auch der Otto profitiert hat. Weil, ich weiß nicht, macht das da Ziggy immer, der, ähm, die Anzahl der Model 3s auf mobile.de immer mal postet im Discord. Wir können gerade mal gucken. Und die Anzahl dieser Fahrzeuge nimmt immer mehr zu. Also es gibt immer mehr verfügbare Model 3s. Wir haben jetzt, ne, da geht es jetzt um den Preis, den muss ich erst wieder rauslöschen. Ich habe jetzt schon gedacht. Es gibt echt Model 3 über 80.000. Ja, das gibt es ja nicht. Kann das sein? Tesla Model 3, mittlerweile 1.274 Fahrzeuge. Das kann doch jetzt sein, oder? Ich meine, wir nehmen nochmal Gebrauchtwagen. Vielleicht wird es dann weniger. 1.250, das ist ja Wahnsinn. Sehen, wo die jetzt losgehen. Also es kann echt sein, dass der Markt kippt und dass wir wieder normale Verhältnisse sehen. Mal, mal, Preis niedrigster zuerst. 2019, gut 34.000 Euro ist natürlich auch noch ein bisschen viel. Gehen wir auf 2021, haben wir auch noch 910 Fahrzeuge. Für 35.9 kriegst du ein Tesla Model 3 Short Range Plus. Nein, Standard Range Plus. Entschuldigung, keine Absicht. Mit 43.000 Kilometer. Wir können ja die Kilometer, aber brauchen wir gar nicht. Tesla Model 3 Standard Reichweite plus Hinterradantrieb. 28.500 Kilometer. Noch kein Jahr alt für 36.900 Euro. Würdet ihr sagen, das ist zu viel? Ich denke, das kann man machen, oder? Das ist ein gepflegtes Auto, so wie es aussieht. Ja, und Innenraum mal fotografiert. Ne, Innenraum haben wir nicht. Aber ich denke, die Preise scheinen sich ein bisschen zu normalisieren. Ob ich jetzt für meinen noch so viel bekäme, die gehen ab 6.000, 37.000 Euro los. Dass das jetzt nicht billig ist, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber wenn du bedenkst, die Autos sind ein Jahr alt, haben 20.000 Kilometer gelaufen. Hier ist Standard Range Plus mit 345 PS von März 2021. Hatte der mal... Hatte der mal 345 und dann 325 oder ist das ein Fehler? Jetzt 306? Hä? Jetzt plötzlich 283? Okay, da scheint es ein bisschen Verwirrung zu geben. Aber was sagt ihr denn? Was haltet ihr von dem Preis? Ja, war der Neupreis, Jakuba? Die haben die Umweltprämie eingesackt. Aber zumindest können sie es jetzt nicht wieder zum Neupreis verkaufen. Sie verkaufen zumindest zu dem Preis, den sie selbst bezahlt haben damals. Ja, ist richtig mit der Leistung, sagt der Max. Okay. Das Gleiche gilt auch für alle anderen Marken, ob Samsung oder Huawei. Ja, stimmt. Wobei Samsung wohl in Taiwan fertig. Die haben sich aus China verabschiedet, glaube ich, mit der Chip-Produktion. Was ist denn heute ohne Einsatz aus China produzierbar? Das sehe ich auch so, Chris. Tobias unterhält sich mit dem Dirk. Der Reiker schreibt, ich bin glücklich mit meinem Model 3 und habe nicht vor, es absehbar wieder zu verkaufen. Okay, so soll es sein nach Möglichkeit. Super preishafter Tom, 35.000. Ja, da waren wir schon genau. 345 PS ist ein Fehler. 328, 388 und 282 gab, gibt es. Okay, war mir auch nicht klar. Wieder was dazugelernt. Der Owe hatte am Freitag ein Video mit dem Hoshi von Jürs. Da hatte er auch über die aktuelle Lage mit Dänemark gesagt, der Markt ist satt und die Preise sind in den letzten Wochen rapide runder. Das ist mein Eindruck. Also da hat der Owe, glaube ich, die richtige Einschätzung. Tobias schreibt noch, das ist sehr modellabhängig, was die am Markt kosten. EV6 steht da noch auf sehr teuren Füßen, beziehungsweise lange Lieferzeiten. Einfluss. Ja, sicherlich modellabhängig. Wir können jetzt aber auch nochmal hergehen und können das zweitbeste Elektroauto am Markt uns mal anschauen. Wie es da so aussieht. So, ich gebe das hier auch gleich ein. Hier schreit sowieso gleich alle. Ford, Mustang, mach E. 671 Angebote. Also auch da nehmen wir mal Kilometer 10.000 und erste Lassung 2021. Und mal sehen, Akku kann man ja auch noch eingeben, glaube ich. Mal gucken. Oder geht mal die Leistung. Ne, Leistung bringt ja nichts. Ja, über die Leistung wird ja nicht mehr unterschrieben. Haben die hier die Akkugröße? Ja. 196 Autos? Alter Verwalter! Da hat er Michi aber echt einen, den perfekten Punkt zum Absprung gefunden. Leute, das kann ja gar nicht sein. Das gibt's ja. Hier in Hecktriebloch. Erstzulassung 7 2022. 6.200 Kilometer. 294 PS. 53.970 Euro. Na ja, für was habe ich denn meinen verkauft? Ich würde da nochmal nachgucken. Es waren doch über 60. Moment. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Mann, da hat er Michi ja wirklich mal ausnahmsweise mal richtig Glück gehabt. Mann, ich such's gerade, Leute. Ich such's gerade. MME-Verkauf. Was habe ich bezahlt? So, ich habe bezahlt. Kaufpreis Brutto nach Umweltbonus 48.000 Euro. Dann habe ich noch die Felgen mit dazu, ne? Und da habe ich Brutto 50.534. Und verkauft habe ich ihn für 60.900 Brutto. Also, äh, da kann man echt nett meckern. Ich habe also knapp 10.000 Euro mit dem Auto verdient. 60.900? Und jetzt kriegst du ein Auto, was ein Jahr jünger ist. Aber gut, weiß ja nicht, ob die Ausstattung so ist, ne? Wir müssen nochmal 360-Grad-Kamera. War ja, aber Moment, der hat ja 360, ne? Ne, steht hier nicht. Moment, wir nehmen nochmal 360-Grad-Kamera mit dazu. Aber plötzlich sind da Autos am Markt. Ich bin ja echt... Das ist ja erstaunlich. Aber ich habe es auch beim i4 schon gesehen, dass wir dort nicht mehr diese, ähm, hohen Preisausschläge haben, sondern dass der... Rundum heißt es rund. Ne. Da. Ähm, dass es da nicht diese großen Ausschläge gibt, ne? Vom Preis her. So, hier also Ford Mustang Mach-E, Allrad. Erstzulassung Juli 2021, 24.500 Kilometer. Also nochmal deutlich teurer als meiner in der Anschaffung. Da sind wir bei 55.840 Euro. Das ist ja unglaublich. Hier Mach-E Extended Tech Paket 2. Steht für 58.000 Euro drin. Der ist vergleichbar mit meinem. Der ist vergleichbar. Okay. Da gehen die Preise aber auch langsam runter. Wobei ich halt die Felgen dabei habe. Da sind wir schon wieder ungefähr auf dem Niveau. Aber es scheint wirklich eine Trendwende stattzufinden. Also ich kann es euch nochmal zeigen, ging es euch zu schnell oder, ähm... Moment, hier habt ihr es nochmal. Gewinn Netto 9.668, gewinn Brutto 10.365. Durch die Umweltprämie ist das halt Netto, Brutto nicht genau diese 19%. Ne, ähm... Du musst noch Übergewinnsteuer nachzahlen. Ne, ich muss ganz normale Steuern zahlen. Hammer K. Weil ich ja nicht von Energiepreisen profitiert habe, sondern einfach von den aktuellen Marktverwerfungen. Mir hat aber auch wieder einer, ähm... Unter das Video, also das Video wird immer noch geguckt, mit den drei Gründen, warum ich mein Elektroauto verkauft habe. Ich kann euch das gerade mal zeigen. Ich antworte da immer nur noch auf die gleiche Art und Weise, weil ich natürlich von Marktverwerfungen profitiert habe. In gewissem Maße auch von der Umweltprämie, ne. Aber die war nicht Grund für den Gewinn von 10.000 Euro. Weil sonst hätte ich ja 6.000 Euro Gewinn nur gemacht, ne. So, wir gucken mal gerade, wo ist denn... Moment, Moment, Moment. Ich zeige euch das mal. Pazieren, dann müssen wir mal hier hin. So finden wir es am schnellsten. Also wird immer noch geguckt, das Video. Wir gehen auf Kommentare. Hat mittlerweile über 100.000 Views. Also, äh... Für dieses Jahr auf jeden Fall eines der erfolgreichsten Videos. Oder das erfolgreichste normale Video. So, und da war der neueste Kommentar... Hier. Weil es solche Leute gibt, damit meint er mich, geht alles kaputt. Und die Allgemeinheit bezahlt die tollen Egos, die sich dann auch noch als super schlau darstellen. Ich muss zugeben, in der Nachbetrachtung war das eine schlaue Entscheidung, ne. Also so finanziell. Die Abzocker-Mentalität einiger Mitbürger ist ein grundsätzliches Problem, das sich so in viele Bereiche zieht. So wird dem eigentlichen Ziel die Grundlage und Akzeptanz der anderen, die es finanzieren, genommen und am Ende kommt es da, wo es ankommen soll, nicht mehr an. Absolut unterste Schublade und dann habe ich mich bedankt und ein Herz gegeben und habe geschrieben, ich danke dir für deine Unterstützung bei meinem Elektroauto-Deal. Weil er hat es ja bezahlt, ne. Ist ja nicht so, dass ich auch durchaus den ein oder anderen Euro Steuern zahle. Und auch auf den Gewinn natürlich den ein oder anderen Euro Steuern zahle. Also ich gehe mal davon aus, 3.000, 4.000 Euro davon, die landen dann auch wieder beim Start. Ne, es ist einfach so. Äh, wie viel Zinsen bezahlt man mittlerweile für einen Autokredit? Können wir gucken. Wir gehen auf Check24. Es gibt viele Portale, ne, Verivox und so weiter. Äh, mal gucken, Kredit, Kontokredit, Autokredit. 20.000 Euro, 84 Monate, 0,68 Prozent. Wenn wir ein Neufahrzeug machen. Ja, auch 0,89, ne. Kostenlose Sondertilgung. Kreditvergleich starten. Mal sehen, was... Achso, ich muss jetzt E-Mail und so weiter. Aber hier steht, äh, effektiver Jahreszins ab 0,68. Sollte also gehen. Äh, Jahresende ist immer saure Gurkenzeit, sagt das der Douglas. Naja, in manchen Bereichen kannst du auch noch ein Schnäppchen machen, wenn ein Händler sein Kontingent noch nicht voll erfüllt hat. Dann ist er vielleicht bereit, am Jahresende ein Auto noch deutlich unter dem Normalpreis abzugeben. Einfach um das Kontingent voll zu machen. Die, äh, ähm, die Autohändler haben von den Herstellern eine Vorgabe. Von mir aus, du musst von dem Modell 30 Stück dieses Jahr verkaufen. So, und jetzt haben sie 29 verkauft, ne, und wenn sie aber den Threshold von, äh, 30 erreichen... Heißt das Threshold? Ich weiß gar nicht, ob es so heißt. Egal, wenn sie die Grenze von 30, äh, erreichen, also 30 Stück verkaufen, kriegen sie eine Prämie oder einen Nachlass für alle Fahrzeuge, die sie verkauft haben. Der erhöht sich. Und damit haben sie mehr verdient, wenn sie das Auto noch verkaufen. Versteht ihr, was ich meine? Und dann macht es Sinn, den Preis zu reduzieren, um die Mühle noch vom Hof zu kriegen. Ähm, äh, coole Klamotten für jeden Anlass, schreibt der Nightbot und verlinkt meinen, äh, Shop. Das ist sehr gut. Gut, Hausbesitzer bekommen auch Förderung, die Mieter nicht bekommen. Ja, und jetzt ratet mal, was ich bei meinem Haus baue, was habe ich an Fördermitteln dazu bekommen, als ich 1997, 1998 angefangen habe zu bauen. Wie viel hat mir der Staat an Fördermitteln für diesen Bau zur Verfügung gestellt? Damals, gibt es heute nicht mehr. Damals gab es das noch. Ihr könnt mal reinschreiben, was ihr glaubt, wie viel das war. Schreibt es mal. Mal sehen, ob es jemand von euch weiß. 0,68% wahrscheinlich für 1.000 Euro Kredit. Ne, hier steht 20.000 Euro als grundsätzlich drin. Kilroy sagt 30.000. Der Experte sagt nichts. Gucken wir mal weiter. 10.000 sagt da Alex. Wir reden von D-Mark, ne? Ähm, Baukindergeld, 8 Jahre lang. Baukindergeld geht ja nicht, ne? Michi liest seine eigenen Nachrichten vor. Okay, eine neue Stufe ist erreicht. Vom Nightbot. Das ist vom Nightbot, lieber Max. Äh, Eigenheimzulage. Jawoll! Der Rainer hat Ahnung. Wahrscheinlich hat er damals auch gebaut. Aber ihr liegt alle dabei. Für den Umbau deiner Ölheizung kannst du auch noch einiges an Förderung bekommen. Ja, aber es ist im Moment, macht das keinen Sinn, lieber. Weil die für den Umbau viel zu viel verlangen und sich die Förderung eigentlich selbst einstecken. Deshalb abwarten und Tee trinken. Ähm, Tom Fiewy sagt 35.000 D-Mark. Und der Volker schreibt, ich habe gestern von meinem Händler ein Angebot für die Übernahme meines Corsas gekriegt. Die wollen den wohl behalten. Aha, okay. Vielleicht rauskaufen und selber verkaufen, Volker. Also der Mimero hat zu viel mit 80.000 D-Mark. Aber es gab damals 1997, 98, 99 die Eigenheimzulage. Okay, unabhängig davon, ob du dich fortgepflanzt hast oder nicht. Oder ob du den Willen zur Fortpflanzung hast. Oder überhaupt die Fähigkeit zur Fortpflanzung. Also es wurde auch keine Gesichtsüberprüfung gemacht, ob sich ein Mensch anderen Geschlechts mit mir einlassen würde. Das war alles völlig irrelevant. Und da hast du auf 8 Jahre jedes Jahr 5.000 D-Mark gekriegt. Das war die Eigenheimzulage. Ich habe also insgesamt 40.000 D-Mark damals an Förderung für mein Haus bekommen. Und ich hatte auch überlegt, nee, so kann man es nicht sagen. Ich habe das ja schon mal erzählt, dass ich wirklich ernsthaft überlege, ob ich mich immobilientechnisch verändern soll. Ob ich vielleicht das Haus hier versuche zu verkaufen und dafür was anderes kaufe. Das ist eine Überlegung von mir. Und wollt ihr mal sehen, was für ein Haus mir gut gefällt? Interessiert euch das oder ist das Käse für euch? Macht mal einen einzelnen Chat, wenn ihr mal sehen wollt, was ich mir rausgesucht habe. Was sowas wäre, wo ich sagen würde, vielleicht wäre, ist aber viel zu teuer. Sage ich gleich. Ist im Preis zu hoch, viel, viel, viel zu hoch und ist auch viel zu viel im Sinne, was ich bezahlen wollte. Aber wenn ich sehe, was dafür aufgerufen wird, dann frage ich mich halt auch, was würde ich denn für mein Häuslein bekommen, ne? So, also wir machen mal Immo-Scout. Ich suche es gerade mal raus. Leider sieht man nicht, ähm, Moment, akzeptieren. So, man sieht nicht Ehrenberg. Ehrenberg-Grön. Kaufpreis. Man sieht leider nicht, wo das genau ist. Man weiß, welcher Ort. Aha, das geht schon mal nicht. Hm, 36,1, 5,7 war es, glaube ich. Ebersburg, genau, jetzt haben wir es. So, bis 100. Also ich will mich auch, wenn dann, verkleinern, ne? Der Preis ist aber viel, viel, viel zu hoch. Für das könnt ihr ja selbst auch mal eure Meinung abgeben. Also Quadratmeterpreis dort Bauland rund 50 Euro, ne? Das ist grundsätzlich das Häuschen, ne? Das ist ein 2000 Quadratmeter Grundstück. Das ist eine Ferienwohnung. Dann weiß man auch nicht, ob man es dauerhaft bewohnen darf. Und es ist natürlich schon ganz schön sanierungsbedürftig. Also angeblich in 2016 Außenwände gedämmt. Daher kommt vielleicht auch dieser Grünschwamm hier. Ist das Grünschwamm? Oder wie heißt denn das? Wenn dann die Außenwände anfangen zu schimmeln, wegen der, ähm, Isolierung. Weiß jemand, wie das heißt? Okay. Also das hier, barrierefrei ist es leider nicht. Was runtergeronnen wäre, Michael, oder? Wie bitte, Otto? Wie von oben was runtergeronnen wäre, von da nicht isoliert. Auch hier unten unterm Fenster. Guck mal, das sieht schon so aus, als wäre das aus Schimmel. Also ich könnte mir vorstellen, dass da ein, in, 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 energetisches Problem auch entsteht, wenn du so ein Haus, was Anfang der 70er erbaut wurde, ähm, ja, wenn das mit, mit einer Isolierung versehen wird. Seht ihr nochmal aus einer anderen, äh, Perspektive, ne? Hier oben eine riesige Terrasse rund ums Haus. Das finde ich schon cool. Da kannst du dich im Sommer, im Sommer richtig, richtig fett ausbreiten. Auf meiner Terrasse geht das ja gar nicht. Ihr seht aber schon an der Haustür, was für ein oller Schuppen das ist, ne? Hier Treppe, auch diese, diese Steine, das ist auch 70er-Jahre-Style, ne? Wobei meine Tante hat das damals auch gemacht. Die hat den Anfang der 90er gebaut. Treppengelände aus Eisen. Hier, das ist wohl neu gefließt worden. Kamin mit dabei, ne? Ölheizung wurde wohl 2006 der Kessel erneuert. Können wir gleich mal reinlesen. Ne? Ein toller Blick. Also auch abgelegen vom Rest, ne? Also drumherum ist da wohl nicht viel. Das hier könnte auch das Nachbargrundstück sein, da bin ich mir nicht ganz sicher. Das darf man aber wohl mitbenutzen. Sich da mal hinsetzen und einfach die Seele baumeln lassen. Hier nochmal ein Teil von der Terrasse. Aber zum Beispiel die Bäder, die haben sie nett mit Fotos gezeigt, ne? Ich gehe zum Beispiel davon aus, dass die Bäder hier eine absolute Katastrophe sind. Da habt ihr auch mal so ein Türchen, ne? Hier seht ihr jetzt mal den Zuschnitt. Kleines Duschbad, ne? Das ist eine Ferienwohnung. Du hast also kein richtig großes Bad. Was ich aber auch nicht brauche. Ich gehe aber hier, wie gesagt, davon aus, dass das wirklich richtig altes Zeug ist, was saniert werden muss. Genau, Tobia schreibt auch, boah, Altbacken. Schönes, großes Wohnzimmer. Gefällt mir. Wobei, brauche ich eigentlich auch nicht. Küche ist hier. Also hier kann man einen Essbereich hinmachen. Völlig ausreichend. Wobei ich ja lieber eine Küche habe, wo ich mich auch hinsetzen kann. Also wie die Küche aussieht, weiß man auch nicht. Hier unten ist der Heizkeller mit dem Heizraum, ne? Also das heißt, schlafen würde ich dann hier, damit ich die Heizung nicht höre, nämlich so ein Brenner, wenn der anspringt, der macht ja auch ein bisschen Spektaril. Hier könnte man ein Studio reinmachen, ne? Hier bei Schlafen. Hier ein Abstellraum. Und dann wäre das hier unten praktisch schlafen. Es ist ja so, ich komme ja morgens raus. Schlapp, schlapp, schlapp. Gehst zum Bad und dann schlapp, schlapp, schlapp. Kannst du schon, wenn es eine neue, brandheiße Nachricht gibt, kannst du direkt schon ein Video aufnehmen, ne? Das ist ein Groschengrab. Halte Abstand. Schreibt der Killroy. Also sanieren würde ich da nicht viel, ne? Ich würde halt sagen, wenn ich da anrufe, würde ich sagen, hier, ich habe Interesse, aber das Haus interessiert mich nicht, nur das Grundstück. Ich würde das Haus wegreißen. Was ist ihr Preis? Ne? Weil das Ding ist halt echt total veraltet. Aber die Lage interessiert mich halt, weil es so eine einmalige Lage ist, ne? Aber es ist zu, also Modernisierung, Sanierung zuletzt 2017. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen meine Zweifel. Baujahr 1975. Ähm, dann, äh, hier, ähm, 2006 ist die Ölzentralheizung erneuert worden. 2016 in den meisten Zimmern neue Fliesen gelegt. Und in 2017 die Außenfassade gedämmt. Ne? Also es wurde schon was gemacht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass zum Beispiel die Bäder altbackend sind, aber vermutlich in einem guten Zustand. Ne? Aber halt mit 70er Jahre Ausstattung. Es ist halt immer die Frage, ob man das will. Aber ich habe ja schon bewiesen, dass ich auch ein Bad sehr günstig ein bisschen aufbetten kann. Und da könnte man ja die Fliesen auch streichen, ne? Macht eine neue Dusche rein, neue Toilette, neues Waschbecken. Fähig ist der Lack. Ne? Muss man ja viel investieren. Jetzt gucke ich mal, was ihr schreibt. Äh, jetzt kommt ein Altersheim oder betreutes Wohnen. Ne, was sagt ihr denn? Also von der Lage her. Was willst du denn jetzt noch für ein Haus kaufen auf der Erde? Da ist Pistonia doch ein Fake. Nein, Dirk. Ich muss ja ab und zu wieder zurück von Pistonia. Weil ich ja meinen YouTube-Kanal weiter betreiben möchte. Ein neuer Keller brauchst du nicht nach Österreich umzuziehen. Ja, es sind halt auch Zimmer im Keller. Weiß halt auch nicht, wie das so ist, ne? Aber zumindestens, das was halt echt toll ist, ist die Lage, ne? Dass das so... Und darüber rechtfertigen die auch den Preis, weil der Preis geht gar nicht. Ich habe heute auch mit meinem Kollegen gesprochen. 380.000 Euro. Mit allem drum und dran bist du bei über 400.000 Euro. 424.000 Euro. Ich glaube, die haben den Schuss noch nicht gehört. Für so eine olle Bude. Die Hälfte. Die Hälfte vielleicht mit Goodwill. Aber man kann es sich ja mal angucken. So. Ja, also der Preis ist deutlich zu hoch, Leute. Das sind Rindzahler von der Terrasse oben. Meint jetzt der Bad. Behalte deinen aus. Du wirst irgendeine Ruine bekommen. Und bei deinem Haus, weißt du, was du hast? Ja, das stimmt. Also hier kann ich natürlich bis zum... Das ist eigentlich kein Sanierungsstau. Ne. Also natürlich, irgendwann kommt vielleicht mal das Dach. Also die Dachziegeln angeblich halten die ja 25 bis 30 Jahre. Diese, ähm... Wie heißen sie denn? Frankfurter Pfanne von Bras. Aber ich gehe davon aus, dass meine Ziegeln auch länger halten. Da ist jetzt die PV-Anlage drüber. Die schützt so ein bisschen vor Sonneneinstrahlung. Und ich habe kaum Absandungen in den Dachen. Ich hoffe, dass es ein bisschen länger hält. Ne. Dass es vielleicht mich auch aushält. Es gibt auch Häuser, wo diese Brasziegeln, äh, Zementbeton oder Betonziegeln, wo die schon länger drauf sind. Das ist eigentlich das Einzige, wovor ich Angst haben muss. Und ansonsten, ähm, bezüglich Wärmepumpe halte ich ja erstmal noch die Füße still. Da will ich aber schon irgendwann dran. Ähm, das ist nur die Wetterseite und dreckiger Putz. Das schreibt da der Chris. Das ist kein Schimmel, nur Regen, äh, Abläufe. Sagt da der Urlaubsziel. Der Dicker schreibt, das Haus meiner Eltern hat sich in 30 Jahren im Wert etwa vervierfacht. Boah, ist das Altbanken. Stimmt Tobias? Ziehe besser nach Österreich oder in die Schweiz. Das sieht nach viel Arbeit aus. Der Experte. Wäre ja auch eine Option, ne? Vielleicht irgendwo in Österreich. Äh, einfach ein, ein schönes... Schönes... Aber da... Was? Er sagt, nein! Sagt es mal dann wieder hin. Der Auto steht an der Grenze und hält mich auf. Ähm, äh, bo-bo-bo-bo. Am besten nach Malle ziehen. Ja, aber ich kann kein Spanisch. Und ich möchte, ich möchte ehrlich schon in einem Bereich bleiben, wo ich dann auch nicht zu weit zu einem deutschsprachigen Land habe. Ne? Also wenn ich in Österreich bin, weiß ich, brauche ich nicht weit zu fahren, bis ich in einem Bereich bin, wo die Leute Deutsch sprechen. Also bayerisch sagen. Das verstehst du auch nicht. Ja, also wenn das hier ist, ist Österreich ist schwer, dann wäre es schwierig. Was man natürlich auch machen könnte, wir können da rüber nach Sachsen ziehen oder so, da sind die Hauspreise niedrig. Äh, ziehen in den Norden, das sind die Immobilien bedeutend günstiger, aber da wird das Wetter auch schlechter, Michael. Wenn, dann würde ich eher Richtung Süden ziehen. Der Hammokar schreibt, meine Bude ist 1972 und ich muss sagen, der Verfall beginnt jetzt bei dir oder bei der Bude, Hammokar. Das heißt aber auch, dass dein Haus 25 Jahre älter ist als meins. Für 380.000 Stutz bekommst du hier nix, sagte Chris. Also, meinst du jetzt fliehen, so die Kande, Chris? Ähm, das hier ist ja, ähm, Ebersburg, Thalau, Ried, so die, die Kande, ne? Ist das ein Waldgrundstück? Also es scheint, so wie ich sehe, ne? Man kann es halt nicht genau sehen. Aber ich gehe davon aus, dass da drumherum wirklich nichts mehr ist. Dass du da echt eine Alleinlage hast. Und sowas hätte ich halt gerne, weißt du? Wo ein großes Grundstück drumherum ist und wirklich keiner auftaucht, sondern ich wirklich mein Alm-Öi-Dasein fristen kann und meine Ruhe habe. Das ist das, was ich gerne hätte. Ähm. Da fährst du aus der Hochfahringfahrt und hast die Sau vor dir stehen. Die was? Die? Die Wildsau vor dir stehen. Ja, aber mit der bin ich ja schon auf Du und Du. Da haben wir keine Kommunikationsprobleme. Hat bestimmt einen Glasfaseranschluss. Das wäre ja natürlich auch wichtig zu wissen. Da hat sie überhaupt einen Telefonanschluss. Die Hälfte und keinen Cent mehr, sagt der Tobias. Sehe ich genauso. Maximal die Hälfte. Mein Grundstück, nicht so groß, hat alleine schon über 300.000 Euro gekostet. Aber Rolf, du darfst das nicht vergessen. Also wenn wir jetzt mal ein Leaker, mal sehen. Äh, Grundstückspreise, kann man ja auch sehen. Grundstück. Nein, 157. So, Grundstückspreise ermitteln. Das ist ja auch, ähm, irgendwie so, Verkaufsangebote, Gemeinde. Also die Gemeinde nimmt momentan wohl für voll erschlossen 98 Euro den Quadratmeter. Gemeindliche Bauplätze zwischen 6.000 Euro, verlängern, zuzüglich 6.000 Euro je Grundstück für den Kanalanschluss. Also die nehmen 98 Quadratmeter. Ja, also das Grundstück hätte, wenn man das nehmen würde, ähm, äh, 200.000 Euro wert. Aber es ist kein Baugebiet. Und in der Stadt an sich, also in Ebersburg selbst, in dem Bereich, wo wir mal grob geguckt haben, wir haben mal geguckt, das, oder Lika oder so, kannst du es sehen, ähm, da werden so rund 50 Euro für Bauland gezahlt. Lass 60 sein. Da bist du beim Grundstück bei 120.000 Euro. So, und die Bude hier, ne, diese, muss man ja ehrlich sein, es ist eine altbackene 70er-Jahre-Ferienbude. Keine Garage dabei, ne, weißt du nicht, was du noch da hinbauen kannst, ist das Bauland, was ist da überhaupt möglich, ne. Ähm, ja. Also mit, mit 100.000 wäre die, glaube ich, also 200.000 alles zusammen ist da schon fair bewertet, würde ich mal sagen. Vor allen Dingen, was ich auch gesehen habe, was ich befürchte, seht ihr das hier oben? Was, vermutet ihr, was das für eine Dach-Entdeckung ist? Das ist eigentlich schon, eigentlich ein No-Go. Eine Hütte. Nochmal? Wie deine Halle. Ja. Wie meine Halle und auch zur gleichen Zeit eingedeckt. Das ist Ethernet. Und zwar asbesthaltig. Ähm, das ist zwar kein Problem, weil der fest gebunden ist, du musst das also nicht sanieren, aber wenn du sanieren willst, wird es auch wieder teurer, ne. Ähm, eindeutig Ethernet, eindeutig auch ein Sanierungsproblem. Also im Prinzip, ja, habt ihr schon recht. Wie die auf 380, also 423.000 Euro kommen, das will mir echt in den Kopf, dafür kriegst du ja einen Neubau. Urlaubsziel, schreibt gerade, der Baugrund vor meinem Grundstück kostet 1500 Euro pro Quadratmeter. Wo wohnst du denn, Urlaubsziel? Ähm. Meine Drei-Zimmer-Wohnung ist schon das Doppelte wert, sagt der Jakuba. Dann schreibt mal, wo ihr wohnt. 98 Quadratmeter pro Euro, sagt der Tobias. Also pro 98 Euro pro Quadratmeter, so war es gemeint. Ähm. 400 beim Hammokar. Äh. Bei der Raubschreibung, hier geht nichts mehr unter 800 Euro. Wahnsinn. Der durchschnittliche Kaufpreis für Grundstücke in Kloppenburg beträgt 178 Euro pro Quadratmeter. Dabei liegt der Preis pro Quadratmeter der teuersten Grundstücke bei 360 Euro und der Quadratmeterpreis der günstigsten Grundstücke bei 25 Euro. Das wird ja wahrscheinlich kein Bauland mehr sein, ne? Keine Ahnung. Ethernet, schreibt da Andi, genau richtig, Andi. Blech, schreibt da Alex, zieht nach Dachpappe aus. Ne. Äh. Berlin-Potsdamer Platz, ja, muss irgendwas so sein. Äh, Chris schreibt, für den Preis kommst du hier in der Weißenstadt in Fulda nix. Also nicht Fulda, Chris. Jeden Tag steht ein Dummer auf, man kann es ja mal probieren. Also doch ein Tiny House demnächst. Ja, Tiny House wird mir reichen. Berlin und Umland ist nicht mehr bezahlbar, schreibt da Tom Phoebe. Ja, ich will aber nicht in die Nähe von der Großstadt, ne? Äh, der N. Vormund findet seine 190 schon teuer. Ja, Landkreis Neu-Ulm 195 Euro. Ähm. Nein, also Totti, ähm, wenn ich das Ding kaufen würde, ne? Also ich würde in die Verhandlung reingehen, würde sagen, okay, das muss man abreisen. Da ist nix zu retten, das ist, äh, ist einfach oben, das ist Dach sanieren, äh, alle Bäder sanieren, ne? Treppenhaus sanieren, da kann man abreisen und neu bauen, ne? So würde ich da reingehen. Aber wisst ihr, was ich dann machen würde? Ich würde nichts machen. Ich würde es genauso nutzen, wie es jetzt ist und würde dann, wenn ich Lust habe, würde ich dann mal ein Bad angehen, würde es neu streichen, würde die Dusche rausreißen, eine neue Dusche rein, eine begehbare, ne? Toilette raus, eine neue Schüssel rein, neues Waschbecken, fertig ist der Lack. Und ansonsten würde ich vielleicht noch hier die Decken weistreichen, ne? Also hier die Paneele, weil wenn du die schon weistreichst, da hast du schon wahnsinnig was gewonnen, ne? Auch das hier. Wenn du das alles weistreichst, ähm, dann wird der Raum schon viel, viel moderner und angenehmer, ne? Natürlich die Möbel, das muss auch alles raus hier, ne? Das ist ja, ähm, das könnte man dann vielleicht dem Otto überlassen, der findet sowas schön. Und die Sitzecke genauso. Otto, das kriegst du dann alles du. Kann ja gut was mit anfangen. Das ist super zum Herzen, ja. Ja. Aber ich finde zum Beispiel der Kamin, ne? Das ist natürlich auch ein 70er-Jahre-Kamin, aber den finde ich nicht schlecht. Den kann man schon benutzen, ne? Wenn da noch ein bisschen Wald dabei wäre, wäre natürlich klar, so hätte es auch gleich noch Holz nebendran, ne? Aber jetzt muss Bärenfell davor. Ja, ein Bärenfell. Und der Otto nackig und dann machen wir Fotos davon, ne? Aber geschmackvoll für den Only-Fans-Bereich vom Otto. So. Gelsenkirchenjahr und Barock. Übrigens, Otto! Ah, wie heißt er? Ah. Moment. Ich habe ein Werbevideo vom Otto gesehen. Moment. Wie er für seinen Kanal Werbung macht. Moment. 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 Moment, wo ist er? Ich finde ihn hoffentlich gleich. Da ist er. Ähm. Kurz. Moment, Moment, Moment. Ich habe es gleich, Otto. Du verstehst ja Spaß, ne? Oder? Otto? Du verträgst Schmerzen, oder? Achtung. Achtung, Otto. Pass auf. Das hier ist der Comedian. Nein, das ist nicht der Otto, ne? Aber. Moment. Ich muss gerade erst mal den Ton ausmachen. Das ist hier. So macht er Werbung. Das ist ein Comedian aus den USA. Und so, ne? Also der, der ist auch, der ist völlig, wie soll ich sagen? Völlig schamlos. Also es gibt noch weitere Clips von dem, wo er dann auch wirklich so richtig so Poolboy-mäßig, ne? Sich, äh, hier so am Ransen rumreibt und so. Also das finde ich schon cool. Wenn auch jemand so selbstbewusst ist, ähm, und sagt, scheiß drauf, ich mach mich über mich selbst lustig. Das finde ich cool. Äh, bleib mal bei deiner Villa, sagt der Kim. Äh, also der Kim meint, ich soll hier bleiben, gell? Sind Kirchener Barock, ja. Die Decke abbeizen und der Naturfarbe Landhausstil. Äh, im Landkreis meines Arbeitgebers, beziehungsweise Nachbarlandkreis, gibt's was Schöneres und Neueres. Und dann nur 30 Minuten bis Hamburg und 45 Minuten bis zur Nordsee. Okay, auch nicht schlecht. Ähm, äh, im Nachbarlandkreis gibt's was Schöneres und Neueres. Okay. Und das kostet weniger, Chris. Eigentlich bin ich ja auch an hier gar nicht gebunden, ne? Was hält mich denn hier? So richtig eigentlich nix. Könnt ihr euch ja abhauen. Zelte abbrechen, weg. Ähm, Otto, was kostet bei euch der Quadratmeter? Weiß nicht, aber ich schätze mal irgendwo um die 30 Euro. Also auch richtig günstig. Und warum ist das bei euch so billig? Weil ihr auch ein eher kleinere Ort seid an der Grenze, oder? Ja, aber das ist das. Bei uns haben sich die Preise nie so extrem entwickelt wie sonst überall in den wirklichen Bergen. Was würde bei euch so eine Wohnung, so ein Häusern kosten? Tiroler und die Vorarlberger ziehen alle ins Burgenland, weil es hier viel billiger ist. Okay. Und wer bei uns bekommt sowas schon 100, 150.000 aufwärts? Ja. Das, das ist, das ist auch eher was, wo ich sagen würde, für so ein altes Haus, ne? Ähm, also hier wird noch gefragt, wo das Ganze ist. Ich kann es dir mal zeigen. Moment, da ist ja auch eine Karte. Also der, der direkte Standort ist nett abgebildet, ne? Aber ich kann euch mal zeigen, wo, ähm, Ebersburg liegt. Ich mach's mal ein bisschen größer erst mal und dann zoomen wir rein. Hier habt ihr die Karte, ne? Also, ähm, da ist Fulda, ne? Frankfurt am Main. Äh, hier unten Würzburg. Habt ihr so eine Vorstellung, ne? Na, Erfurt. Also ziemlich zentral schon gelegen in Deutschland. Aber halt, ähm, ja, das Kunststück ist schon, ist schon Randlage, ne? Und Ebersburg ist das hier. Aber ich weiß nicht genau, wo sich dieses Objekt befindet. Was natürlich auch wichtig wäre zu wissen, wird im Winter dort geräumt? Oder muss man dann, äh, bis man zum Grundstück allein schon mal kommt, äh, selbst räumen, ne? So wie das jetzt bei mir ist. Garage scheint's nicht zu haben, äh, CDK, also ein Carport, irgendwas müssten wir hinbauen, ne? Ähm, so, gucken wir mal. Im Landkreis, äh, da waren wir schon, genau. Ein Wildsauunfall, okay. Also Top-Lage, schreibt da mal Tesla. Hm, wo war das Haus? Ja? So, das ist doch ganz einfach. Hauptsache Glasphase. Dann bestellst du dir was bei Amazon, dann ist die Straße geräumt. Hä? Na ja, wenn der Paketboden da war bei dir, ist geräumt. Na ja, du musst dir auch dem Paketboden eine Chance geben, ne? Ähm, ID-Bus und Vanlife mit Mobilbüro, wäre auch cool, ne? Wäre auch cool, wenn es so ein richtiges Elektromobil gäbe, so einen richtig großen Elektrovan mit Umbau und dann würde ich nur oben die Dachgeschosswohnung für mich behalten und würde die Erdgeschosswohnung vielleicht vermieden. Das wäre ja auch eine Option, ne? Gibt so viele Ideen und dann fährst du mit dem Elektroauto, fährst du zum Otto, ne? Du kannst dann bei dir praktisch im Auto schlafen und deine Streams malen und so weiter. Machst das halt zum Streaming-Mobil und wirst dann von der Luzi und vom Otto mitversorgt, ne? Die zahlen dann für dich in Strom und Wasser und so und du bist praktisch wie ein Kind von den beiden. Auch eine Option. Müssten wir mal mit dem Otto reden. Könnte ich mich bei dir auf den Hof stellen, Otto? Gibt keinen in den Hof. Bei dir stehen Autos am Hof. Sehr wohl. So, hätte auch noch ein Schnäppchen für dich. 53 Quadratmeter Wohnung um 490.000 Euro. Neu mit einem Tiefgaragenplatz, aber neben der Haupt... Ja, tut mir leid, Urlaubsziel. Wo wohnst du denn, Urlaubsziel? Jetzt schreib doch mal. Tesla Semi für Michi. Ja, darf ich aber nicht fahren. Der Frank schreibt noch, ich bin raus für heute. Gute Nacht und kommt alle gut in die neue Woche. Gutes Nächte, Frank. Immer vielen Dank für den Flaschenöffner. Der Biber kommt auch überall durch. Naja, ich glaube, das will der Otto nicht, schreibt der Hammer K. So habe ich das jetzt nicht verstanden. Der hat zwar vorhin spaßeshalber gesagt, der wird mich nicht nach Österreich reinlassen. Aber wer weiß. Hat er schon zweimal geschrieben? Moment, wo ist er denn? Mal gucken, mal Urlaubsziel. Felden am Wörthersee. Ein Schloss. Also aus Österreich. Da ist es so teuer. Überleg mal, Otto. Bei euch 30 Euro. Und da, was war das? 1500 Euro. Ja, habe ich dir ja gesagt. Wenn du mal Kärnten, Tirol, Vorberg oder Salzburg auch schon... Die Preise sind dort der Wahnsinn. Und die ziehen ja alle ins Burgenland, weil sie im südlichen Burgenland irgendwelche billigen alten Häuser bekommen. Ja, also mit den Preisen, da kannst du ja eigentlich kein Haus mehr bauen, ne? Der Exerstfahle verabschiedet sich. Kurz Nächtele Exerstfahle. Danke fürs Reinschauen. Tom Phoebe verabschiedet sich auch. Kurz Nächtele. Ahoi nochmal, Bubbelpixer. Ich zeige es dir dann nächstes Jahr im April oder Mai. Ach, bist du der Klaus? Okay, verstehe. Das ist der Klaus, Otto. Das ist der Hotel Klaus. Okay, jetzt kann man aber ja erstmal auch das Thema, was ich mir da ausgesucht habe. Da können wir ja kurz mal drauf eingehen. Ich gucke nur gerade mal hier. Die haben den einzelnen Wertschutz des Verbrenners aufregend ignoriert. Okay. So, gehen wir hier gerade mal. Ich will gerade mal gucken, dass das hier alles auch halbwegs passt. Moment. Ein Moment, es geht sofort los. Ich habe da was zu einem Batteriewerk von BMW. Da können wir jetzt mal kurz drüber reden. Damit wir hier auch mal qualitativ hochwertigen Content bringen. Und nicht alles nur Gesabbel ist. Von meinen Virenplänen. Also ich habe da noch nichts fest vor. Aber es sind so Gedankenspiele, die ich ab und zu habe. Wenn ich mich mal wieder ärgere, dass ich einfach komplett mich verabschiede und an den Arsch der Welt gehe, wo sonst keiner mehr ist. Dann brauchst du dich auch über keinen mehr zu ärgern. Okay. Also. Viele von euch haben es sich gewünscht. Wenige wagten es auszusprechen. Wir haben wieder mal. Oh. Das ist jetzt die junge Dame von vorhin. Wir haben mal wieder BMW als Thema. Und zwar baut BMW auch Hochvolt-Batterie-Montage in Depressen. Da verlieren wir also wieder Wertschöpfung ins Ausland. Und das ist aber nicht die Zellfertigung. BMW hat angekündigt. Neben dem neuen Fahrzeugwerk im ungarischen Depressen. Ist das richtig ausgesprochen oder falsch, Otto? Depressen. Depressen. Ah, ist doch halbwegs richtig. Auch Montagelinien für die Hochvolt-Batterien zu errichten. Die ersten Bauarbeiten laufen bereits. Warum denn in Deutschland? Die Produktion der Batterie-Packs soll dann parallel zu der Fahrzeugproduktion der neuen Klasse, das ist die neue Plattform von BMW, beginnen. Rein für Elektroautos. Das Fahrzeugwerk selbst wird wie berichtet seit Juni 2022 gebaut. Bei der neuen Klasse sind als erste Modelle eine E-Limousine und eine E-SUV von der Größe eines 3er BMW geplant. Aber ich glaube, der 3er BMW kommt jetzt elektrisch noch als so eine Mischgeschichte. Glaube ich, aber ich weiß es nicht genau. Auf einer Fläche von mehr als 400 Hektar entsteht im Nordwesten der ungarischen Stadt Depressen. Ein Fahrzeugvollwerk mit Presswerk, Karuseliebau, Lackiererei und Montage. Die Kapazität liegt bei 150.000 Einheiten pro Jahr. Warum nicht in Deutschland? Das ist immer das, was ich mich frage. Wenn dann im Jahr 2025 die ersten Fahrzeuge vom Band laufen, werden sie mit Batterie-Packs ausgestattet sein, die ebenfalls in Depressen hergestellt werden. Wie der Münchner Autobauer mitteilt, sollen in der neuen Hochvolt-Batterie-Montage bis 2025 500 Arbeitsplätze entstehen, die hätten auch in Deutschland entstehen können. In der Mitteilung wird jedoch nur angegeben, dass BMW bis Ende 2025 mehr als 2 Milliarden Euro in den Aufbau und in die Betriebnahme des gesamten Werkes investieren werde. 2 Milliarden Euro, tja, auch wieder weg. Das ist halt ärgerlich, aber lässt sich halt nicht ändern. In Ungarn wird ja zum Beispiel auch der Audi TT gebaut. Ich weiß nicht, ob der aktuelle noch, aber meiner wurde damals in Ungarn gebaut. Wie teuer die nun angekündigte Batterie-Montage wird, geben die Münchner nicht einzeln an. Klar ist, dass sich die in Depressen hergestellten Batterie-Packs von den Batterien der aktuellen BMW-Elektroautos unterscheiden werden. Denn für die Batterie-Generation 6 der neuen Klasse wechselt BMW von prismatischen Batteriezellen bekanntlich auf Rundzellen. Also sie mahnen es dann genauso, wie Tesla das macht. Zudem werden die Batterien auf eine Systemspannung von 800 Volt ausgelegt. Die aktuellen BMWs arbeiten noch mit 400 Volt. Das kann ich bestätigen, das trifft nämlich auch auf meinen Biber zu. Zudem werden die Batterie-Packs für die neue Klasse auf Module verzichten und nach dem Pack-to-Open-Body-Konzept gebaut. Oder was ist das denn? Was ist denn Pack-to-Open-Body? Das kenne ich gar nicht. Gucken. Pack-to-Open-Body. Unser hochgradig fokussiertes Pack-to-Open-Body-Konzept. Da ist es auch nochmal von BMW. Was bedeutet das? Pack. Das steht hier aber auch nicht. Was ist denn Pack-to-Open-Body? Pack-to-Open-Body-Konzept. Weiß das jemand? Ich suche mal, ob ich was finde. Ja, wäre nett, weil ich verstehe es gar nicht. Urlaubsziel verabschiedet sich auch. Nächtle Klaus. In Ungarn gibt es ziemlich viele billige Buden auf dem Land. Ja, also da sind einige Autohersteller. Gibt es nicht auch noch? Da gibt es auch noch weiter Elektroautos, die dort irgendwie schon brauchen. Hat er nicht Häuser gemeint damit? Was meinen wir denn mit... Achso, du meinst damit, hat er Buden gemeint. Also Häuser. Mit Buden, Häuser. Okay, das kann auch sein. Ja, die sind billiger. Ich habe jetzt da gesehen, 14.000 Euro, ein Haus mit 70 Quadratmetern. Nicht mal so schlecht, aber die gibt es da. Ja, der Chris, der weiß schon, was er macht. Dass er in Ungarn da seine Fahrschule hat und auch dort lebt, weil da hast du halt auch mehr vom Euro. Aber die Sprache halt. Und die ist ja auch scheinbar ziemlich schwer. Also Chris hat gesagt, das wäre sehr schwer zu erlernen. Nein. Die haben... Ja, aber ich weiß nicht. Der wohnt da schon ein paar Jahre und er spricht halt nur ganz rudimentär. Also das Wichtigste, dass er sich halt durchwuscheln kann. Also halbes Jahr. Oh, nee. Ja, aber du bist auch, dich kann man nicht, du bist ja... Markus aufgewachsen ist und der Markus hat halb Deutsch, halb Ungarisch gesprochen damals und da war es wichtig. Okay, ja, aber die haben schon gemeint, dass das ein bisschen schwieriger wäre. Und das ist auch für einen Begriff in Deutschland, also zum Beispiel Auto, gibt es dann wohl im Ungarischen zehn Begriffe. Also es gibt irgendwie mehr Begriffe für einen, ne? Ja, welchen Zusammenhang. Ja, und das ist... Also sowas finde ich schon sehr merkwürdig, ne? So, also mitstabilisierendes Element. Ja, von Twitch, davon gehe ich auch aus, dass die Batterie selbst vielleicht mitstabilisiert. Nee, der Akkupack sicherlich. Aber die Batterie weiß ich nicht. Ist wohl irgendeine Integration der Batterie in die Karosserie, schreibt da von Twitch. Vermutlich hat das Auto Türen und Fenster, nur ein Abo. Das ist dann ja ziemlich open, ja, mag sein. Bei anderen heißt das vielleicht strukturell Pack, also tragender Batterie-Pack. Irgendwo in Spanien, schreibt da Andi, irgendwo in Spanien konnte man ein ganzes Dorf für knapp über eine Million Euro kaufen. Ich brauche kein ganzes Dorf, ne? Michi, ich habe ein Bild gefunden vom Pack, der Open Body. Das ist einfach, du hast keine oben geschlossene Karosserie, sondern hast anscheinend die Mondule irgendwie von oben zugänglich. Also einfach anders eingesetzt. Aber schaut das mal an. Gut, das ist vielleicht für Ingenieure, dass sie das verstehen, aber ich verstehe jetzt nicht, wo genau die Besucherheit da ist. Normalerweise hast du eine geschlossene Platte, Bodenplatte und setzt die Batterie von unten ein. Der Tesla macht es ja jetzt auch so, dass er das Ganze von unten auf einmal hineinsetzt. Ja. Und keine Bodenplatte mehr hat. Also das dürfte man sich auch irgendwie kopieren. Also dass die sich praktisch eine Platte sparen. Ja, und wenn du dann irgendwas zu reparieren hast, brauchst du die Batterie anscheinend nicht rausnehmen, sonst kommst du von oben anscheinend rein. Ach, dann kannst du einzelne Zellen so tauschen. Ja. Mehr geht da nicht heraus. Okay, ja, das kann sein. Das hört sich logisch an. Dann ist die Wanne das tragende Teil, sagt der Andi. Ja, glaube ich, damit liest du richtig. Ähm, Japan hat Millionen, der steht da heute. Also der Kierhoff spielt da wahrscheinlich auf die Region rund um, ähm, ist das Fukushima? Nee, nicht Fukushima. Doch, Fukushima. Passt, ne? Fukushima, ja. Ja, Fukushima. Ähm, wir lesen mal weiter rein. Wo ist es? Da ist es. Ähm, zack, 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 zack. Also wir haben es so halbwegs geklärt. Es ist halt oben offen. Man kann direkt vom Fahrersitz ins Batterie-Pack reingreifen und einzelne Zellen austauschen. So wird es nicht ganz sein, aber in die Richtung geht es. Ähm, in der Mitteilung zu der Batteriemontage nennt BMW keine weiteren Details zu den Packs, die in Ungarn gebaut werden sollen. Das hat aber BMW-Entwicklungsvorstand Frank Weber kürzlich getan. Die einbauferdigen Batterie-Pakete, wenn es jetzt einzelne, ja, verstehe ich wieder nicht, sollen je nach Modell auf einen Energiegehalt zwischen 75 und 150 kW kommen. Also das ist dann für fette SUVs wahrscheinlich. Die Rundzellen kommen auf einen Durchmesser von 46 mm und sollen in der Limousine 95 mm hoch sein. Das ist schon gewaltig. Und im E-SUV 12 cm. Da haben wir schon, ne, das sind 10 und das sind 12. Da weißt du also schon, da musst du schon ein bisschen im Unterboden, ne. Wenn sich eine Platte sparen, vielleicht können sie dann auch wieder ein bisschen niedriger bauen, ne. Insgesamt ist Auto, meine ich. So, von welchem Zellhersteller und da sind wir schon wieder bei dem Problem, nämlich die Zellproduktion. Die Rundzellen stammen sollen, welche die BMW-Mitarbeitenden, welche die BMW-Mitarbeiter dann zu Batterie-Packs verarbeiten, steht noch nicht klar, steht noch nicht fest. BMW hat im September Verträge mit CATL und EV Energy, bestätigt im Oktober auch mit Envision AESC, also EV Energy und Envision AESC, habe ich auch noch nicht gehört. Zumindest CATL oder CATL liegt im wahrsten Sinne des Wortes nahe. Die Chinesen bauen ebenfalls in Döbritzen eine große Batteriefabrik. Also da wird einiges an Automobilindustrie angesiedelt, ne. Okay, dann hier noch ein bisschen bla bla bla, das lassen wir jetzt weg. Was sagt ihr dazu? Warum kann so ein Werk nicht auch in Deutschland gebaut werden, ne? Vielleicht fehlen hier vielleicht sogar Fachkräfte? Ja, ich sage mal ganz einfach dort zu bauen, relativ schnell. Rumänen ist nicht weit, Ukraine ist nicht weit. Billige Arbeitskräfte. Jetzt kriegen wir ja hier in Deutschland auch noch das Bürgergeld, ne. Wir haben ein bisschen hin und her diskutiert, jetzt auch beim Kaffee, ne, wie man das halt so macht. Und dann hat mir die Frau von meinem Kumpel auch mal gesagt, was in ihrer Branche verdient wird. Und da war ich echt erschrocken, weil, könnt ihr mal gerade gucken, ne. Also die Frau von meinem Freund, die arbeitet im Buchhandel und jetzt, denk mal, was ist der Durchschnittsgehalt im Buchhandel? Durchschnittslohn im Buchhandel. Brutto. 1.600 Euro. Ne, aufs Jahr gesehen, bitte aufs Jahr gesehen. Also mit Weihnachtsgeld, mit Urlaubsgeld. Wie hoch ist das Bruttogehalt im Jahr? Ich sage, deutlich zu hoch. Im Jahr von einer Buchhändlerin, ne. Du gehst in eine Buchhandlung und die sagt dir, äh, du sagst, ich suche das Buch von dem, äh, da kommt das und das drin vor, kennen sie das? Und dann sagt die, ja, ja, das kenne ich, das, das und das. Ja, du kennst auch noch, wie viele Arbeitsstunden sie hat. Ganz normal arbeiten. Also, ähm, die haben 38 oder 40 Stunden in der Branche. Also 8 Stunden am Tag, ja. Otto, was hast du gemeint? 20, 22. Okay. Äh, Tobias, hast du auch eine Meinung? Ne, auf Anhieb nicht, aber ich bin gerade am überlegen. Also ich lese mal vor, was der Chat meint. Tobias meint 25.000, Genboomer 25.000 ist schon dicht dran, Chris 30.000, Max mit 33.000 schon deutlich zu hoch, Alex 22.000, der Experte 20.000, Philipp mit 26.000, sehr gut dabei, Analogon ist zu niedrig, ja, aber in der Tendenz, er liegt schon ziemlich nah dran, ich muss zugeben, ich habe anders geschätzt, also laut, ähm, Stepstone ist das Durchschnittsgehalt 28.700, man fängt mit 23.500 an und absolute Spitzenverdiener verdienen 33.600 Euro. Und da muss ich echt sagen, boah, wenn du jetzt in einer Wohnung in der Stadt wohnst, ne, da, da musst du dir echt überlegen, ob du da noch arbeiten gehst, wenn das Bürgergeld kommt. Weil du hast dann vielleicht mit Bürgergeld 200, 300 Euro, vielleicht 400 Euro im Monat weniger, wenn du aber in der Stadt wohnst, ne, in einer Wohnung, ganz normal, darfst du ja behalten, das ist ja, glaube ich, alles nicht mehr so streng, ähm, dann, dann, dann brauchst du kein Auto, kannst du dir dann vielleicht sparen, brauchst du nicht mehr aus dem Haus, boah, also, ich weiß nicht, vielleicht kann, lohnt es sich dann echt mit dem Bürgergeld, wenn man kein Vermögen hat, dass man sagt, hier, scheiß drauf, ich, äh, ich, äh, ich schmeiß hin und, ähm, mach mir jetzt einen faulen Lenz, ne, ich hab das nie durchgerechnet, ob das funktioniert, man hat sicherlich was weniger, aber die Frage ist halt immer, wie groß ist der Abstand, ne, lohnt sich das dann wirklich noch arbeiten zu gehen? Wie gesagt, wenn du noch ein Auto brauchst und so, Kfz-Mechatroniker 1600 Euro netto, wir haben dann auch mal geguckt, wie viel das netto ist, also, wenn du 28.700 Euro, dann waren wir, glaube ich, bei, ähm, also, musst du natürlich teilen, ne, wo waren wir da, 2200 Brutto haben wir gesagt und dann sind wir auf 1600 Euro netto ungefähr gekommen, das ist schon Wahnsinn, ähm, so hoch wird das Bürgergeld auch nicht, da reden wir von weniger als 10.000 im Jahr, aber es kommt das Wohngeld dazu, Folger, das ist das Problem, es kommt das Wohngeld mit dazu und wenn du noch Kinder hast, kriegst du jedes Kind nochmal und wenn du zwei, drei, vier Kinder hast und das dann vergleichst mit einer Familie, wo nur einer der Eltern, ähm, äh, Geld verdient, da wird es schon eng. Also, Roman bleibt dann lieber in der Schweiz, einfach nichts, nichts mehr machen und Influencer werden, Beste. Bubbelpixer, da hast du vollkommen recht, ich hab ja mich schon zurückgezogen aus der Arbeit, ne, ich bin ja nur noch am Faulenzen. Du musst dir alles sparen, nicht können, du musst dir alles sparen, nicht können, sagt er. Keine Ahnung, wie er das jetzt meint. Boah, Butte, hör doch auf, diese lächerliche Narrativ zu unterstützen. Ich weiß nicht, das ist jetzt kein Narrativ, ich rede davon, lieber Tobias, die verdienen, also jetzt, überleg mal, 23.500 Euro, was man jetzt mal machen will, TVöDS, für den Tobias, mal zum Mitschreiben, TVöDS, Sparkasse, öffentlicher Dienst. So, wenn du jetzt bei der Sparkasse anfängst, als gelernter Bankkaufmann, E5, Arbeitszeit 100%, Lohnsteuer, du bist alleinstehend, du wohnst in der, in der kleinen Wohnung, Entgeltgruppe E5, fängst an, nach deiner Ausbildung bei der Sparkasse zu arbeiten. Das ist das, was du verdienst. Lohnsteuer, bla 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 bla, Monatsbrutto, immerhin 2.556 Euro, ne, und hast 1.700 Euro im Monat übrig. So, Grundgehalt, plus Sparkassensonderzahlung, du hast also Brutto, wenn du anfängst, 32.524 Euro, und bist damit im Vergleich zum Buchhandel richtig gut dabei. So, aber wir merken uns mal, 1.700 Euro hat der. Jetzt gucken wir mal, ob wir Bürgergeld, ob wir was finden, ob wir das berechnen können. Bürgergeldrechner. Schwanger, behindert, nein. Kostenaufwendige Ernährung, nein. So, Angaben, Ehegartenpartner, nein. Partner, volljährig, das bleibt ja alles weg. Schwanger, nein. Behindert, nein. Kostenaufwendige Ernährung, nein. Angaben von Kinder, null. Angaben zu Unterhaltskosten, Kaltmiete, sagen wir mal, was ist realistisch, wenn du in der Stadt wohnst, 60 Quadratmeter, kann man das sagen, 600 Euro Kaltmiete, kann man sagen, oder? 10 Euro Quadratmeter, das kann man bestimmt sagen. Das ist wahrscheinlich noch niedrig angesetzt. Und Heizkosten, sagen wir mal, ist gestiegen, sagen wir mal, einfach 200 Euro. Machen wir jetzt einfach mal so. Geringverdiener haben Anspruch auf Zuschüsse, holen nur viele nicht ab, sagt der Peter. Auch wichtig, muss man aufklären. Wohngeld bekommt der arbeitende Mutt, Geringverdiener auch. Okay, ist halt die Frage, wie wenig du verdienst, Warmwasseraufbereitung mit Haushaltsstrom, nein, schwanger, nein. Einkommen aller Personen ist halt null, Bürgergeld berechnen. Gucken wir mal. Antragsteller, Summe der Leistung, 500 Euro, Kaltmiete 600 Euro, Summe der Leistung, Summe der Unterkunft 600, Summe der Einkünfte, vermutlicher Anspruch, was heißt das jetzt? Also es ist dann mit Miete praktisch, ne? Okay, das ist auch nicht viel. Wenn das der Anspruch ist, also er muss davon auch die 200 Euro mitbezahlen, dann hat er also, da hat er zum Leben ja 300 Euro. Davon kannst du ja auch nicht leben, ne? Ist das Bürgergeldrechner? Seit März 88 Megawattstunden Strom erzeugt auf dem Dach. Ah, okay. Davon twitsch, ich gehe irgendwie in meinem Büro wohnen, ja. Mach mal 12 Euro pro Quadratmeter Stadt, könnte auch 15 werden. Ja, da wird die Miete wahrscheinlich voll bezahlt, ne? Wir mahlen nochmal. Aber das ist jetzt auch weniger, als ich gedacht habe, ne? Also für den Alleinstehenden ist das schon auch kacke. Machen wir mal. Also, machen wir mal, 720 Euro, ne? Wir haben ja auch mehr Kaltmiete gerechnet. Bürgergeld wird nicht mehr, oder? Summe der Unterkunftskosten, doch, seine Wohnung darf er scheinbar behalten. 1222 Euro hat er dann. Also, du musst, puh, es ist halt die Frage, hast du dann doch 300, 400 Euro mehr, wenn du in der Stadt wohnst, hast du vielleicht kein Auto, wenn du aber noch ein Auto brauchst? Ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen, ich habe mir da noch nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Ich meine, du kannst dir kein Auto leisten, kaum eine Wohnung und so weiter. Von verzichten wollen kann da keine Rede sein, das ist müssen. Ja, kehre auf, ja, stimmt. Der Albert verabschiedet sich, kurz Nächte, Albert, danke fürs Vorbeischauen, aber ist schon weg, glaube ich, mach 1000 Euro warm. Ich gehe irgendwie, naja, das haben wir schon genau, das reiche Deutschland krasser, sagt der Roman, es gibt klare Grenzen für Wohnungsgrößen und Kosten, wenn du in Hilfebezug bist, Tobias. Ja, ich weiß es doch nicht, Tobias, wir haben doch jetzt mal nur grob gesprochen. Reg dich doch nicht gleich auf. Ich habe doch gar nicht jetzt irgendwas gebashed. Ich sage nur, es muss ein Abstand auf jeden Fall gewahrt werden zwischen den Leuten, die Bürgergeld kriegen und denen, die arbeiten und es muss ja nicht unbedingt sein, dass die mit Bürgergeld weniger kriegen. Es wäre ja besser, wenn die, die arbeiten gehen, mehr bekommen. In Bremen kostet das Straßenbahnticket im Moment noch 69 Euro im Monat, schreibt der Volker. Okay, was auch immer das heißen mag. Ja, also, wenn irgendwann mal so ein bedingungsloses Grundeinkommen käme, und ich mit YouTube keinen Erfolg mehr hätte, ich glaube, dann würde ich das bedingungslose Grundeinkommen würde ich wahrscheinlich nehmen, weil mein Lebensstil, natürlich, ein Auto kannst du dir dann vielleicht nicht mehr so richtig leisten oder irgendein kleines Auto, aber da könnte ich dann mit klarkommen. Aber das Haus ist halt bezahlt und wenn das Haus bezahlt ist, das ist schon Gold wert und wenn du keine Sanierungsrückstände hast, wobei mit Heizung muss ich mich halt beschäftigen, aber so ein Haus ist ein Klotzer, am Bein, keine Frage, aber du sparst dir halt auch wirklich, wenn du, ich wohne jetzt hier seit 1998, also seit 24 Jahren wohne ich hier schon. Und wenn du jetzt mal 24 nimmst, ich habe auch eine Weile ja auch Miete, ja, da reden wir nicht von, also 24, also wir meinen erst mal, was würde ich für eine Wohnung hier bezahlen, sagen wir mal, ich hätte im Schnitt 500 Euro im Jahr, äh, 500 mal 12 mal 24. So, da hast du schon 144.000 erst mal nur an Miete rausgehauen. Da gehört dir aber ja nix, ne? Und mir gehört die Bude hier ja. Also wenn man es irgendwie hinkriegt, das ist schon, ich, ich, einige von euch werden sagen, bauen ist eine blöde Idee, aber ich sage mal so, ich kann ja auch tun und lassen, was ich will, Keiner redet mir rein, das macht auch einiges aus, also, äh, lieber kleines Häuschen, wobei für mich auch viel zu groß, muss man auch ehrlich sein, ich wollte ja eigentlich, Ursprungsgedanke war, immer eine Wohnung zu vermieten, aber das habe ich ja dann auch irgendwann eingestellt, ne? So, das, äh, da gehst du in der Stadt doch noch Plasma spenden, 160 Euro im Monat, dann geht das schon, kriegst du da so viel Geld für, glaube ich gar nicht. Na gut, das lassen wir jetzt wissen. Alle glauben, dass man bei bedingungslosen Grundeinkommen nicht mehr arbeitet, wer will denn dumm zu Hause rumsitzen, und der Mensch will etwas Sinnvolles tun? Licko. Also, als ich noch beim Verband gearbeitet habe, ne? Da hatte ich ja dann schon sehr früh reduziert, schon mal auf 90% und dann, was war es denn dann? Ich weiß schon nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwann mal auf 60% und da hatte ich im Sommer über frei. Da habe ich aber wirklich auch mal eine Woche nur auf der Terrasse gelegen und sonst nisch gemacht und das ging. Kannst du alles machen. Nimmst dir auch ein Büchlein, obwohl Buch habe ich gerade gelesen, ich habe da Internet gesurft und nisch gemacht. Dann bin Rad ein bisschen gefahren, aber ich musste nicht arbeiten. Also, das war nicht nötig, dass ich jetzt unbedingt im Garten rumhause oder so, sondern ich konnte einfach nur nisch machen. So, Licker schreibt, alle glauben, ah ja, der Peter sagt genau, es gibt aber zwei Sorten Menschen, Peter und Licker. Es gibt die, ähm, einfach die Schaffer, die nicht ruhig sitzen können, die immer was klubbern müssen. Ne? Also, dann nehme ich einen Peter auf jeden Fall mit rein. Otto, du bist auch so ein Typ, oder? Du musst immer irgendwas klubbern. Irgendwas findet sich schon. Ja, und ich weiß ja, wie es den anderen im Discord geht, der Jürgen, den schätze ich auch so ein, also unseren Bauprofi, ich glaube nicht, dass der ruhig sitzen kann. Ähm, Thorsten kann ich nicht einschätzen, Tobias weiß ich auch nicht, Klaus weiß ich nicht und Anton redet nicht. Wollt ihr mal sagen, wie es bei euch geht? Ne? Sagen nix. Nach einer Woche hast du genug, wobei ich auch ehrlich sein muss, ich kluppe hier ja eigentlich auch immer was, ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich nicht irgendwas immer mache. Irgendwas ist immer. Stimmt schon. Aber ich lasse mir auch jeden Tag zwei, drei Stunden, wo ich nichts mache. Und auch bis ich mal in Gang komme. Das dauert schon. Ähm, doch, doch, bekomme ich jetzt im Schnitt 30 Euro pro Spende und darf das 60 Mal im Jahr. Echt? Du kriegst 30 Euro pro Spende. Muss ich auch mit anfangen. Das ist ja Wahnsinn. Da kann ja nochmal ein Zusatzeinkommen. Muss das versteuern? Oder ist das, äh, einfach so? 3% werden dauervoll und so. Die hast du heute aber auch im System. Also meint ihr wirklich? Tja, ich weiß ja, was bin ich für ein Typ? Ich weiß es echt nicht. Also eins kann ich auf jeden Fall sagen. So viel, wie ich geschuftet habe von, sagen wir mal, 18 bis Mitte 30, kann ich mir heute nicht mehr vorstellen. Das wäre heute nicht mehr möglich. Ich bin von der Arbeit gekommen und sofort in die Klamotten rein, in die Arbeitsklamotten, dann auf den Bau. Und hier dann wirklich, ich habe ja extrem viel selbst gemacht, den Rohbau habe ich mir hinstellen lassen, Dachstuhl drauf und dann ging es los mit, beim Dacheindecken hatte ich noch Freunde mit dabei, ne, wir haben das mit ein paar Leuten gemacht und dann alles, was dann kam, viele Dinge davon, wirklich selbst in eigenes Schiffenster eingebaut, Türen eingebaut. Gut, der Fließestrich, der kam natürlich rein, aber ich habe auch drunter die Dämmung selbst gemacht, da hat mir auch die Mama noch damals ein bisschen mitgeholfen, aber das meiste selbst, immer nach der Arbeit, immer alleine oben auf der Baustelle gewesen. Und das Erste, was ich gemacht hatte, nachdem ich Strom im Haus hatte, die Installation habe ich auch selbst gemacht, also als der zentrale Zählerkasten schon mal hing, ne, hatte ich erst Baustrom, ich glaube, ich hatte sogar Baustrom zuerst, ich habe mir eine Satzschüssel an die Fassade geklatscht, dann konnte ich nämlich, während ich gebastelt habe, konnte ich immer ein bisschen Fernsehen dabei gucken, hatte ich ein bisschen Abwechslung. Und aber heute, dieses Pensum, könnte ich nicht mehr. Vielleicht könnte ich es auch noch, weiß ich nicht, aber ich würde es nicht mehr wollen. Nö, Ba auf die Hand, Ba auf Kralle, Ba auf Tatze, das ist super, 5-Euro-Scheine, das ist natürlich super. Man kann ja mit einem Jahr Bürgergeld eine Karriere als Info-Lancer aufbauen, ja, arbeiten und etwas Sinnvolles machen ist unbedingt das, ist nicht unbedingt dasselbe. Wem sagst du das? Kierkow, ähm, ist unbedingt dasselbe. Der Hunsens schreibt das, der Unterstützting Kierkow, nö, da waren wir genau, der Licker schreibt, ich würde auf 3 oder 4 Tage pro Woche reduzieren, aber komplett ohne Tätigkeit ginge wohl nicht, davon leistet man sich dann den kleinen Luxus, okay? Ähm, der Peter schreibt, ich schaffe heute mit 54, aber du siehst aus wie 44, Peter. Also, ich lese es so vor, wie du aussiehst. Ich schaffe heute mit 54, so viel wie noch nie, in 9 Jahren mache ich Feierabend. Ja, aber warum machst du das, Peter? Das ist doch, warum nicht umgekehrt, ein bisschen runterfahren schon. Der Reiker schreibt, ein paar wenige, die nichts tun, wird es mit einem Grundeinkommen sicherlich geben, nur spart man sich im Vergleich zu heute die Kosten, diese Leute dazu zu zwingen, trotzdem etwas zu tun, okay? Der Fontwitz schreibt, also es war jetzt der Reiker, der Fontwitz schreibt, ich suche schon seit 12 Jahren ein passendes Haus, es macht Spaß, in Anführungszeichen, also es macht im Fontwitz scheinbar keinen Spaß, wobei, immer mal in irgendwelchen Anzeigen rum, äh, serven, das macht schon auch Spaß, ne? Finde ich, ist immer recht interessant. Ähm, ich versuche vier Tage die Woche zu arbeiten, das kriege ich meistens auch hin, ideal sollten meine Kunden mich montags in Ruhe lasen. Also der Tobias ist auch beim, ähm, äh, beim Likon. Also viele scheinen doch ohne Arbeit nicht glücklich zu sein. Äh, ja, wahrscheinlich wäre ich gar nicht, das habe ich auch schon zum, zu dem Kumpel, wo ich da heute war, gesagt, also ich habe ja erst gedacht, äh, ich mache ein Jahr, ähm, so ein Sabbatical, ne? Aber stimmt schon, wenn man dann eine Woche nichts gemacht hat, ne? Dann hat man schon so den Druck zu sagen, jetzt muss ich aber mal irgendwas, Also war ja dann auch so, zum Beispiel habe ich das Bad, habe ich ja dann auch in so einer Phase, ne? Habe ich dann neu gemacht. Der Experte verabschiedet sich, kurz Nächte der Experte, ähm, äh, wie kam er eigentlich jetzt da drauf? Über die billigen Arbeitskräfte in Ungarn, ne? Auf jeden Fall schade, dass BMW tatsächlich da das Werk, was ja scheinbar auch ein großes werden wird, in Ungarn baut, aber es bleibt halt nicht aus, da siedeln sich einige an, weil es offensichtlich günstig ist, ne? Ich will es Ihnen auch nicht vorwerfen, ähm, VW hat ja, ich weiß gar nicht, wie viele Werke haben die in China, 33 habe ich gelesen, die haben 33 Werke in China, ja, ähm, kann es halt nicht ändern, es ist halt so, und deshalb, auch wenn du VW kaufst, nur weil der ID.3 von mir aus dem Wolfsburg gefertigt wird, ne? Heißt das ja nicht, dass der Konzern komplett in Deutschland fertig ist, der fertigt auf der ganzen Welt, das hast du halt so, ne? Ähm, Dirk verabschiedet sich, ja, wir meinen jetzt eh nur noch Liegestütz, Dirk, also brauchst du keine Sorgen zu machen, er macht das ich eh nicht, aber du hättest eh nichts verpasst, ohne sinnvolle Beschäftigung geht man geistig und dann körperlich ein, warum greifst du mich jetzt an, Bad? Warum musst du mich jetzt so hart angreifen, nur weil ich nichts Sinnvolles mache? Das muss doch nicht sein. Also ich bitte dich jetzt hier, eine Entschuldigung direkt reinzuschreiben, ne? Das war jetzt wirklich unter der Gürtellinie Bad. Das ist unglaublich, der Bad normal ist ja lieb. Ähm, also Tobias schreibt, vor allen Dingen übersehen die meisten eine Sache beim Grundeinkommen, das Geld fließt zu 90 bis 100 Prozent in die Wirtschaft, also Wirtschaft und Steuereinkommen werden 1a gestützt. Ja, Tobias, um das nochmal klar zu machen, ich habe mich mit beidem noch nicht, ähm, gedanklich auseinandergesetzt, wegen dem Bürgergeld, noch mit dem, ähm, 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 äh, bedingungslosen Grundeinkommen, ne? Ich bin halt nur der Meinung, es muss immer noch einen Anreiz geben, arbeiten zu gehen. Es muss sich finanziell lohnen. Wenn sich das nicht mehr lohnt, dann ist es kacke. Man muss also sehr vorsichtig sein, wie man die Grenzen jeweils setzt. So, äh, ich bin von Beruf Tontechniker, ich könnte nicht ohne diesen Job. Reiko, was sagst du zu meiner Tonqualität? Bist du zufrieden oder sagst du kacke? Das schreib mal bitte. Noch kommt das Geld nicht ohne Arbeit, also gute Nacht. Gerhoff, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Bin Schwabe, da geht die Arbeit nie aus, dann halt in Haus und Garten und für die Enkel. Ja, Peter, ich, ich hab, Peter hab ich ja auch schon getroffen, ne? Und, ähm, ihr braucht, beim Peter braucht mir keiner was zu erzählen, das ist ein Schafor. Das ist das genau wie der Jürgen. Aber beim Jürgen braucht mir keiner was zu erzählen, das ist ein Schafor. Das merkst du einfach, wenn du mit den Leuten schon redest und es ist einfach, ähm, die sind nicht, äh, so, 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 so dranig wie ich, ne? Bin ja doch eher so ein, so ein, äh, ja gut, wenn nicht heute, dann halt morgen, ne? Wobei, wenn ich auch dran denke, beim E-Cannonball, was ich mit da für eine Arbeit gemacht hab, äh, unglaublich, unfassbar, was ich mit da für eine Arbeit gemacht hab. Ne, 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 ähm, das mach ich auch nicht mehr, ne? Das ist ja auch, weil ich mir da zu viel aufgehalst hab. Das war Käse. Du musst auch in der Lage sein zu sagen, ich beschränke das Ganze auf ein gesundes Mindestmaß, ich muss davon leben können, aber ich will keinen Stress, der mich krank macht. Es gibt ja auch Stress, der ist positiv, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es jetzt beim Peter ist, ne? Ähm, ob der sagt, ich geh an die Arbeit, das macht einfach von morgens bis abends nur Spaß. Gut, der ist auch mal einen Tag dabei, der ist kacke, aber ansonsten macht mir die Arbeit einfach Freude und es ist ein Hobby, was ich als Beruf ausübe, dann sag ich, da kann man gar nicht zu viel arbeiten, weil es einem Freude macht, ne? Aber so ist es halt nur bei wenigen Leuten, die wenigsten haben das so. Dankeschön, Reiko. Der Reiko lobt mich, der sagt, das Mikro ist große Klasse, ne? Deshalb hab ich auch noch, ich hab, weil hier halt das mit dem USB so fragil ist, ne? Der misst deshalb, ähm, also auch der Surface von Rode, den kannst du in die Tonne treten, aber das Mikro ist halt echt gut und über USB ist klasse, ne? Das hat meinen Streams total und auch die Videos brutal nach vorne gebracht, dass auch der, der, die Tonqualität einfach besser ist, weil das ist wichtiger als die Bildqualität. Äh, ist eine Art Mini-Rente, sagt der Kerkhoff, okay, äh, der Michi hat also viel Meinung bei völliger Ahnungslosigkeit, Gen-Boomer, du hast einen, einen erleuchteten Moment erlebt, ne? Und da sagen die Leute immer, in meinen Streams wird niemand erleuchtet, der Gen-Boomer hat's verstanden, ja? Du brauchst gar nicht mit nach Pistonia-Gen-Boomer, du hast auch ohne Zutun, ich weiß nicht, ob du, ob du Benetarier bist, ne? Ob du, Kanamik bist, aber du hast auch schon eine Erleuchtungsstufe jetzt erreicht, die nur wenige erreichen, ne? Also da dicken Respekt. Tobias schreibt, ich bin bei dir, wer mehr Luxus will und extra wirst du, der geht halt zusätzlich arbeiten und leistet es sich. Bin ganz gespannt, Michi, also ruhig, ganz entspannt, Michi, also ruhig atmen. Ja, ich dachte schon, der Tobias riecht sich wieder auf, der riecht sich ja manchmal auf, ne? Na komm doch ein Discord. Nein, das ist aber so und so und so und so, ne? Und ich immer ganz gelassen und immer, Tobias, Tobias, bleib gelassen, versuch so ruhig zu bleiben wie ich. Ich bin ja immer die Stimme der Vernunft, ne? Aber gut, so ist er halt. Der Mindestlohn muss auf ein Niveau, dass auch die Rente ohne Stütze reicht. Dass auch die Rente ohne Stütze reicht. Ja, genau, oh Peter, so mal, dass du so viel in die Rente einzahlst, dass du auch, wenn du in Rente gehst, davon leben kannst, ja? Aber das ist ein Wunschtraum. Das wird nicht passieren. So, von Twitch schreibt, Mix gibt es eventuell auch auf AliExpress Gude. Bei den Indien-Kopfhörern haben sie mittlerweile bei 30 Euro ein Niveau erreicht, das krass ist. Ja, ich habe ja auch diese Bluetooth, also für mich sind die okay, aber natürlich für den, für den, wie heißt das, ähm, vielen, für den, nicht Frankophil, nicht, ähm, p-punkt-punkt-punkt viel, sondern audiophilen Menschen ist es wahrscheinlich nicht gut. Gestern noch Transporter gesehen und an dich gedacht. Danke Jens, servus. Das sind die Koordinatoren bei Google Maps von dem Haus. Wie, wie hast du denn das rausgefunden, wenn du es wirklich raus, nee, das kann es nicht sein. Ich bin jetzt auf der, das kann es nicht sein. Oder? Da ist das Haus. Das ist der Ort, aber das ist doch nicht das Haus, was ich, ähm, nee, nee, das ist doch nicht das Haus. Das ist eine Apotheke. Philipp, wie kommst du denn jetzt auf eine Apotheke? Manche audiophile Websites sind übrigens herrlich, falls ihr einen Lacher sucht, okay? Das Haus ist nicht an der Straße, kann nicht sein, ja. Das ist es nicht. Da, da gibt es nicht mal ansatzweise eine Ähnlichkeit. Wie kommst du denn darauf, dass das das Haus ist? Also, das muss irgendwo abgelegen sein. Ich habe schon geguckt, aber mir ist hier nüscht aufgefallen, wo ich gesagt hätte, das könnte sein, muss ich ehrlich zugeben. Also nüscht, was auch nur ansatzweise so wirkt, wie das Haus. Aber das, was du jetzt geschickt hast, ist es auf gar keinen Fall. Also, das kann man mit absoluter Sicherheit sagen. Und alles andere in der Umgebung sieht auch anders aus. Also, ich kann es nicht sagen. Ähm, das Haus ist es nicht, ja genau. Ob die Rente dann noch sicher ist, bestimmt fragt sich nur für, was sie reicht, sagt der Michu. Die Rente ist sicher. Hat der Herr Plümer gesagt. Ähm, hat ein Bekannter gestern auch erzählt, Umkreissuche mehrfach ausführen und dann die Schnittmenge nehmen, falls das dort geht. Ähm, keine Ahnung, was er damit meint. Egal. Ähm, aber Rente, ne, also sieht bei mir hoffentlich nicht ganz so schlecht aus. Also, ich habe die Zusatzversorgungskasse, da bin ich ja, habe ich lange eingezahlt. Ich muss mal gucken, was habe ich denn von der Zusatzversorgungskasse. Da gucken wir jetzt gerade mal, ne, können wir ja mal reinschauen. da ist noch mein, mein Impfterdi, ne, noch ausgedruckt, aber das ist ja auch bald alles. Ah, ich wollte ja auch mal gucken, ob ich das noch verlängern kann, das ist wahrscheinlich heute sogar der letzte Tag. Das ist hier eine technische Verlängerung. So, hier schon mal Künstler-Sozialkasse, aber ich muss auch aufpassen, dass ich da nicht, könnt ihr ja was erkennen, ne, ne. So, also Rente, Rente ist schon mal so, wenn ich wegen voller Erwerbsfähigkeit, dann hätte ich 1750 Euro. Volle Erwerbsfähigkeit ist bei mir ja fast nicht möglich, weil selbst wenn ich, ja, obwohl, also der Beruf ist halt körperlich nicht anstrengend, Michi auch im Alter eine gute Partie, ja, immer eine gute Partie, nördlich von der Wäscherei Diener, okay, nördlich von der Wäscherei Diener, hm, keine Ahnung, Wäscherei Diener, also die Koordinaten stimmen schon mal nicht. Egal, ähm, also 1750, wenn ich jetzt Erwerbsminderung, Höhe ihrer künftigen Regelaltersrente, 1279 Euro. Und wenn ich Rentenanpassung, der letzten Jahre mitrechne, hätte ich, wenn ich in Rente gehe, mit 65, ne, mit 67, ne, ich darf mit 67, also in 17 Jahren wären das 1800 Euro. Da wird es auch schwierig von zu leben, ne, also 1840 Euro. So, und wenn ich jetzt die Pensionskasse noch dazu nehme, da habe ich eingezahlt von der Sparkasse, die ruht jetzt, ne, da zahle ich nichts mehr ein, das sind 83 Euro, also 1840.920. So, Zusatzversorgungskasse, 471 Euro. Das ist immer also bei rund 2400 Euro Rente, die ich jetzt theoretisch mal so grob, mindestens erwarten würde ich, zahle ja jetzt auch wieder ein, ne, also es wird jetzt auch wieder mehr, also müsste eigentlich halbwegs machbar sein, ne. Man sollte natürlich auch ein bisschen was gespart haben, ne, falls man wirklich alt und krank wird, ne, was ja nicht ausgeschlossen ist, das ist schon echt, ähm, ja, vom Alter habe ich Angst, Leute. Da habe ich echt Angst vor. Aber es geht ja nicht anders, ne. Wir werden halt alt. Ob bin ich damit gut aufgestellt oder schlecht aufgestellt? Ich glaube, ich bin ganz gut aufgestellt. Mitbach 27, Gucken wir mal. Mitterbachhöfe 3 ist mich halt. Mitterbachhöfe 3? Ja. Na, kennt er nicht. Mitterbach oder Mittebach? Ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, ob ich den Link jetzt geschickt habe oder die Adresse im Discord. Wenn ich gucke mal, im Discord, okay. Wie habt ihr das jetzt gefunden, sag mal? Kicks da an und sagst mit Google suchen, dann kommt es genau dorthin. Mit Google suchen? Wie habt ihr denn das gefunden? Das ist ja unglaublich. das ist ja unglaublich. Siehst du, da habe ich gar kein Haus vermutet. Das ist ja echt am Arsch der Welt. Das ist ja geil. Jetzt guckt euch das mal an. Das habe ich gar nicht gesehen. Das ist ja absolut am Arsch der Welt. Mittebachhöfe. Und da wird bestimmt auch geräumt im Winter. Ich muss da echt mal hin. Gucken. Aber wie kommen die denn auf das Grundstück? Hier wahrscheinlich, hier im Wald ist wahrscheinlich die Straße, ja, ist hier so eingezeichnet. Was ist das da? Weiß man nicht, was das da ist. Aber das ist ja eine geile Lage, Leute. Die ist ja echt mal Hammer. Aber natürlich, der Preis ist viel zu hoch, ne? Ist aber schon, ach, das ist schon cool. Da hast du echt deine Ruhe. Oder? Ich glaube, das nennt man ruhige Lage, schreibt der Hunsen genau. Mein Renten-Vorecast ist aktuell 501 Euro, aber du bist ja auch selbstständiger, Peter, ne? Das ist halt was anderes, ne? Du hast wahrscheinlich nur minimal was eingezahlt. Da muss man als Selbstständiger halt, ähm, aber hab ja paar hundert Tesla-Aktien. Oh! Gott sei Dank. Wobei du da ja auch gelitten hast in letzter Zeit, ne? Moment. Und wisst ihr? Ich bin am überlegen, ob ich mal fünf Tesla-Aktien kaufe, ne? Weil die jetzt ja in einem Bereich sind, wo man sagt, guck dir, ich mach das Öl an. Das ist schon auch, ne? Die Richtung stimmt. Was macht denn Gasöl? Gasöl. Nehmen wir einfach mal hier irgendeinen Messdollar. Fällt auch! Also die Richtung, Leute, die Richtung stimmt schon mal. Es geht langsam abwärts. Also, wir können eine Hoffnung haben, dass ich das mit den Energiepreisen auf Dauer vielleicht doch wieder ein bisschen, guckt euch das an, das Rohöl ist überhaupt nicht großartig teurer, ne? Das hier war ja Pandemie. Wir gehen nochmal fünf Jahre. Obwohl, ja, wir sind schon noch höher, ne? Ah, sind schon noch höher. Und vor zehn Jahren? Aber es, also 2010 hatten wir keine Ölpreise, also für Sightsees von 1,70 Euro, ne? Und, und da waren die Ölpreise höher, als sie jetzt sind. Aber egal. Ähm, was wollte ich denn jetzt? Genau, Tesla-Aktie wollten wir schnell nochmal gucken. Und dann machen wir ja auch langsam mal Schluss, ne? Ich hab mich wieder total verlabert. Ui, also Tesla, ne? Hat schon ganz schön Federn lassen müssen. Hat die Hälfte an Wert verloren. Also, drei würde ich kaufen, ne? Drei. Warte mal, 500 durch 182. Ja, drei Aktien würde ich kaufen. Auf drei Jahre, aber guckt euch das an hier. Verachtfacht in drei Jahren. Aber es ist, es hat sich, ne? Also, ähm, das hier war im Mai 2021. Ne? Ne? Und da müsste auch der Split eigentlich mit drin sein. Aber gut, wenn du 2019 gekauft hast, ne? Das wäre schon nicht schlecht. Und, ähm, was haben wir für einen KGV? Und da kommt auch langsam das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis in eine Region, wo ich sagen kann, das deckt sich so langsam ein bisschen, dass man sagen kann, da kann man mal ein paar Aktien kaufen. Ähm, da, äh, Peter hat eine ruhige Lage im Gewerbegebiet. Du hast dann aber ein richtiges Einfamilienhaus dabei, Peter, ne? Vermutlich. Äh, das fehlende Google-Street-Frew-Wind, D ist einfach nervend. Europa nutzt es aber D, ne? Da ging es aber auch um, um Datenschutz, glaube ich, ne? Äh, wie sollen die Russen bei den Preisen die Raketen für die Ukraine bezahlen? Sagt der Volker. Keine Ahnung. Oder die Drohnen. Was ist mit Sono? Ja, können wir auch nochmal gucken. Übrigens, für all diejenigen von euch, ne? Und? Die, äh, Interesse an auch einem Sono-Video haben, ne? Die müssten Kanalmitglieder werden. Das geht nicht anders, Leute. Hier, ähm, da seht ihr, weil ich hab online, also ich hab für die Kanalmitglieder ein, ein extra Sono-Video gemacht. Blinder versus Sono Motors. Und, ähm, äh, sieben Kommentare, wobei, so viele geguckt haben, ist auch noch nicht, ne? 100 Prozent, aber wenigstens Daumen hoch, ne? Das ist schon mal schön. Da hab ich also mal die innovativsten, ähm, äh, Startups weltweit miteinander verglichen. Emily McQuickers online, jetzt müssen wir ja erst mal Miki-Stütz machen, ne? Äh, SAAR heute, der Krieg soll 82 Milliarden kosten, die USA geben 800 Milliarden im Jahr für Militär. Wahnsinn, oder? Aber auch, was das an Umweltschäden wieder verursacht, ne? Bis das wieder ausgeglichen ist, oder kann ja gerade ausgeglichen werden. Dieses Köppe einschlagen und Armee unterhalten, da, wenn man das beenden würde von heute auf morgen. Ich will gar nicht wissen, wie viel CO2 das Militär ausstößt, ne? Okay. Wir gehen jetzt aber, also vielen Dank auch für diejenigen, die das Haus gefunden haben. Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, weil ich hab die Bude gar nicht gesehen. Aber ich muss da echt mal hin und muss mal fragen. Weil die Lage ist ja mega geil. Da kann bestimmt so bald auch keiner dran bauen, oder? Das ist, jetzt machen wir nochmal, wir machen nochmal andere Mitbachhöfe. Da muss ich auch mal auf die, auf die Liegenschaftskarte mal gehen, das muss ich mal angucken. Aber egal. Wir wollten ja jetzt mal, äh, gucken wegen Michi-Stütz, ne? Also wo geht's denn los? Da geht's los. Vor zwei Stunden. Also, der Volker hat den Reigen eröffnet. Mit einer Michi-Stütz. Im 27. Monat ist der Volker mit dabei und schreibt, Michi-Stütz, Ahoi! Lieber Volker, thank you very much. Very appreciated. In good times. Dann hat er Germany, hat ein Foto dagen lassen. Vielen Dank. Der herzalliebste, mit Geld nicht zu bezahlende Sven, hat fünf Abos verschenkt. Vielen Dank, lieber Sven. Very appreciated. Good times. Eins, Zwei, Drei, Vier, Fünf. So. Dann, wir gehen weiter. Hat der Frosch im 18. Monat abonniert und schreibt, wie die Zeit doch vergeht, so lange schon Münzen in den Schlitz gegen die Werbung eingeworben. Vielen Dank für die Münzen im Schlitz, lieber Frosch. Der Frosch ist ja immer mit dem Zug unterwegs. Der sieht die Welt. Der hat Spaß. Das ist jetzt so wie bei mir, dass er immer im Zimmerchen sitzt und die Welt nur durch einen Bildschirm wahrnimmt. So, dann hat der herzallerliebste mit Geld nicht zu bezahlende Otto, aka Daniel Düsentrieb Südösterreichs, aka Elon Musk des Burgenlands, aka Stephen Hawking, also, was den Verstand angeht, der, der, wie heißt das nochmal, wo du wohnst? Lockenhaus. Der Stephen Hawkins Lockenhaus. Lockenhaus. hat auf Stufe 3 abonniert. Lieber Otto, thank you very much, very appreciated. Dann hat einer von unseren Schaffern, nämlich der Jürgen, 200 Bits gescheert. Vielen Dank, lieber Jürgen. Very appreciated. Good times. Also, der Jürgen baut auch gerade bei sich zu Hause das Haus um. Und der Jürgen ist auch schon ein bisschen über 60, ne? Und ist auch von der Statur her, kann man das sagen, eher so wie ich. Kann man sagen, oder? Aber, ich bin mir absolut sicher, dass der Jürgen bei mich an den beiden Armen greifen kann und mich in der Mitte auseinanderreißt. Weil er sein ganzes Leben am Bau geschafft hat und dann hast du einfach, wenn du noch fit bist, muss man immer dazu sagen, da hast du einfach ganz andere Kräfte, eine ganz andere Muskulatur als so ein Büropupser wie ich. dann hat er Germany, hat direkt mit Prime abonniert. Germany. Das ist ein Einstieg. Folo und Prime. Thank you very much. Very appreciate good times. So, dann hat unser Ex-Geburtstagskind Happy Birthday to you. Der Thorsten hat 500 Bits gecheert. Lieber Thorsten, thank you very much. Very appreciate good times. Und der Hoko hat 100 Bits gecheert. Und der Jürgen hat auch nochmal 100 Bits gecheert. Sind zusammen 200 Bits. Thank you very much. Very appreciate good times. Dankeschön, die Herren. Der Hampus01 hat ein Stufe 1 Abo verschenkt. Vielen Dank, lieber Hampus01. Thank you very much. Very appreciate good times. Hier geht gerade das Armband los. Moment. Zack, 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 zack. Heute hätte ich auch laufen können. Wir hatten ein schönes Wetter, aber ich war zu faul. Bin nicht laufen gegangen. So, dann hat er Gunnar Möö, hat im 8. Monat abonniert und schreibt, oje, Jubiläum, ho, ho, ho. 8 Monate, ist das ein Jubiläum? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, very appreciated. In good times. Thank you very much. Ähm, dann hat der Dr. Shepard, mit dem ich nicht immer streite. Es ist ein Kerl, ähm, der hat im 17. Monat abonniert und schreibt, mein EV6 habe ich seit 24.10. habe schon einen Plan für einen Neonix 6. Hade ich sogar schon vorgelesen. Vielen Dank, lieber Tobias, aka Dr. Shepard, very appreciate good times. Den Dr. Shepard habe ich auch schon getroffen. Beim ersten, Wie heißt denn das, was der Sebastian da macht? PaceRace. Beim ersten PaceRace. Ich habe doch noch hingekriegt. So, der Halbtrain ist fertig. 900 Bits und 13 Abos. Wohin, da muss ich jetzt 900 Bits hier aufschreiben. Ach, in meinem ganzen Durcheinander. Ich hoffe mir dann auch, wenn ich, ähm, äh, ich habe mir so einen Monitorständer für drei Monitore besorgt, ne? Und da ist dann in der Mitte ein Arm, den kannst du festschrauben oder du bohrst ein Loch durch die Tischplatte und schraubst das dann so zusammen. Das geht hoch und kannst auch Höhen verstellen und dann hängen die an einem Arm. Und ich hoffe, dass ich dann einfach alles unter die Monitore schieben kann, ne? Und dann ist alles automatisch aufgeräumt. Das ist doch ein genialer Plan, oder? Einzelen Chat, wenn er das auch gut findet. So, wir haben, äh, 900 Bits. Wir haben schon wieder Viertel vor. Das gibt's ja etwas. Was habe ich denn wieder gelabert? Das ist unge... Ich bin perfekt für den Job. So, da hat der Totti ein Foto da gelassen. Vielen Dank, lieber Totti. Very appreciate it. Dann der Hosek hat 25.000 Kanalpunkte oder irgend sowas in der Höhe ungefähr verschwendet. So, äh, 1,1. Also ihr findet die Lösung auch alle gut, ne? Einfach die Monitore Höhe gebt Platz, um einmal drunter zu schieben. Ich bin ein Genie. So, dann Nikon hat ein Geschenkabo verteilt, lieber Nikon. Thank you very much. Very appreciate it. Good times. Ein Michistütz. So, wir gehen weiter. Der Ralf ist im 20. Monat per Prime dabei und schreibt guten Abend zusammen. Guten Abend, lieber Ralf. Thank you very much. Very appreciate it. Good times. So, und dann kommt unser zweiter Schaffer. Na, wir haben mehrere Schaffer. Seid jetzt nicht beleidigt, wenn ich euch namentlich nicht alle nenne. Aber unser Schaffer, wir müssten übrigens, Peter, das klappt ja nicht mit, ähm, mit Österreich. Vielleicht, wenn du Bock hast, könnten wir ja ein Video, wenn deine Wärmepumpen schon drin sind, mal ein Video über deinen, deinen, deinen Betrieb machen mit den PV-Anlagen und den Wärmepumpen, was du da so gemacht hast. Und falls du auch zu Hause am Haus da was gemacht hast, da können wir uns ja mal austauschen. Vielleicht komme ich dann mal bei dir vorbei und wir machen mal ein schönes Video, wie sowas aussehen kann. Wenn du Bock hast, ne, lass uns mal reden und dann, äh, nehme ich den langen, entbehrungsreichen Weg auf mich und komme mal bei dir vorbei. Das ist, das ist vielleicht eine Idee. Wir reden mal. Mal gucken. Also auf jeden Fall hat der Peter, der BD, gleicher, äh, Vorname wie ich als zwei, wusstest du das eigentlich schon, Peter? Hab ich das schon gezeigt? Ich weiß nicht, ob er noch da ist. Ich bin Outer Peter! Ich bin Outer Peter! Auf jeden Fall hat der Peter 1300 Bits gecheert. Lieber Peter! Thank you very much, very appreciate good times. 1300 Bits. Schreiben wir uns auf. 2200, also 5 Michi-Stütze noch dazu. Haben wir. Buh, 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 buh. Und ich mache die recht Michi-Stütze. Ihr überlegt euch bitte, wen wir reden könnten. Ne? Macht mal Vorschläge, ansonsten nehmen wir die Emily. 24 Michi-Stütze geht's zu machen. Soll nicht machbar sein. Hau ruck! Ah! Oh! Ah! Einfach mal 30 gemacht! Na, Michi. Topfit. Topfit ist er. Eine Macht. Eine Michi-Stütz-Macht. Okay, liebe Freunde. So, hat denn irgendjemand mal was vorgeschlagen? Ich weise noch mal darauf hin. Ich habe ein Level-2-Abo für sechs Monate im Voraus bezahlt. Was? Ich will Michi-Stütz? Moment mal. Wurde mir das denn angezeigt? Wann hast du das denn bezahlt, Volker? Aber ich habe ja auch 30 Michi-Stütz gemacht. Aber komm her, für dich. Für ein Stufe-2-Abo. Vielen Dank, lieber Volker. Very appreciate good times. Gibt es drei Michi-Stütz. Ah! So, das müsste mir dann aber auch angezeigt werden, Volker. Normalerweise. Aber ich habe es nachgemacht. Also, da bin ich nichts schuldig. Der Peter ist der Peter Alexander. Ach ja! Wieder Peter Alexander? Nein, nicht wirklich. Die kleine Kneipe in unserer Straße. Es ist nicht Peter Alexander. Mal gucken. Peter Alexander. Eine Kneipe in unserer Straße. Hier. Ich bin so unfassbar gebildet. Ich bin ja ein wandelndes Lexikon. Hier. Peter Alexander. Die kleine Kneipe. Es ist unglaublich, was ich alles weiß. Also, das ist doch schon fast. Ich bin schon fast ein Genie. Was heißt fast? Ich bin ein Genie? In aller Bescheidenheit. Ich bin ein Genie. Und der Peter Alexander war Österreicher. Man glaubt es nicht. Der hatte auch eine Perücke. Ein Korn im Feldbett. Okay. Du sollst nicht singen, schreibt der Wuschel. Ist das das elfte Gebot oder was? Du schreibst das nur als Versengebot. Du sollst nicht deiner als nächsten Frau begehren. Du sollst nicht klauen. Wie sind das? Das sind eigentlich die zehn Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das gilt auch für euch. Mit dem Ehe brechen ist mir egal. Ähm. Weiß gar nicht. Egal. Dass der die kleine Kneipe schon 1976 auf YouTube eingestellt hat. Ja Wahnsinn, oder? Weiß nicht, wie meine Eltern darauf gekommen sind. Ja wahrscheinlich Peter Alexander. Ganz ehrlich. Peter. Ich glaub wirklich. Wenn du Peter Alexander heißt. Dass die vermutlich inspiriert waren. Du bist ja. Du bist 54. Also bist du 69 wahrscheinlich geboren. Mal gucken. Was hatte der für eine Karriere der Peter Alexander? Mal grad gucken. Peter Alexander. Man hat ja das Baujahr 26. Da hatte der schon eine Karriere, ne? Äh. Ja. Er wirkte von 1952 bis 1972 in rund 50 Filmkomödien. Äh. Und in 40 eigenen TV-Shows mit und nahm circa 120 Platten auf. Von 1969 bis 1996 hatte er eine eigene Fernsehshow-Reihe. Unter anderem die Peter Alexander Show. Gestorben ist er, äh, am 12. Februar 2011. Er ist also 85 Jahre alt geworden. Und ich hab den gern geguckt als Kind. Ich fand den super. Ich weiß ja wie es euch ging, aber ich fand den, und auch den Frankenfeld, den fand ich klar so, dass, das saß tatsächlich, auch unsere, sagen wir mal, problematische Familie, die saß da komplett vorm Fernseher. Das war's so. Äh. Äh, du sollst nicht falsch Zeugnis sprechen oder ablegen, heißt das, glaube ich, Bad, ne? Du sollst nicht Ehe brechen, bevor der Eimer da ist. Den kann ich da nicht. Siehst du, Peter? Aber ganz ehrlich, ich könnte mir, ich weiß nicht, ob deine Eltern noch, ne? Meine sind ja schon verstorben, ne? Ich weiß nicht, ob deine noch fit sind und noch da sind. Ist halt, ist, ist halt der Lauf des Lebens, ne? Aber frag doch mal, ob der Peter Alexander, der, der, ähm, falls noch die Möglichkeit besteht, frag doch mal, ähm, ob Peter Alexander die, äh, Inspiration war. Weil ich würde meinen Popo verwenden, dass die die, äh, Inspiration waren. Gut. Ich sehe keine Vorschläge, was jetzt das Thema Raiden angeht. Ist nix gekommen, ne? Also guck ich mal selbst. Twitch. Twitch. Hm, hm, hm. Emily wäre quicker, aber die hatten wir jetzt ja schon wieder öfter, ne? Gucken, wen haben wir sonst noch? Sonst mal, irgendjemand anderen? Habt ihr noch eine Idee für jemanden? Ne, aber es kommt doch nix. Hat der Discord noch eine Idee? Auch nicht. Dann nehmen wir wieder die Emily, hä? Ja. Habt durch deine Inspiration wieder, wie in der Jugend mit Liegestütz angefangen, schafft wieder 40... Das musst du mir jetzt auf die Nase binden, Peter. Du bist halt auch ein bisschen drahtiger als ich. Okay. Twitch, Breaking, Electrums. Das bin ich selber, Hammer-Kar. Der Curiosity-Rover auf dem Mars hat ja gerade ein Foto von einer der drei Steintafeln mit den Geboten geschickt. Vermutlich hatte Moses deswegen nur zwei. Ah. Amuran, natürlich. Da hab ich... Von der hab ich jetzt auch gehört. Die wurde von ihrem Mann wohl... ...nett so gut behandelt, ne? Das ist ne Dame mit zwei... ...wirklich überzeugenden Argumenten. Wollt ihr heute eine Dame mit zwei überzeugenden Argumenten? Da gucken aber bestimmt mindestens mal 10.000 Leute zu. Ich guck grad mal, wie viele da zugucken. Amorant. Okay. Frag mal deine Mutter, Peter. Würde mich echt interessieren, aber für mich ist das... ...wenn du Peter Alexander heißt, ne? Also... Ähm... Sie streamt. Streamt sie gerade? Mal gucken. Ist sie live? Ne. Hä? Wie seh ich denn das? Ob die live ist oder nicht? Wollen wir mal hier erstmal auf Stumpf schalten. Oder ist das jetzt wegen Werbung? Schau dir diesen Just Chatting-Stream vor 17 Tagen gestreamt. Ne, die streamt doch gar nicht. Die hat zuletzt vor 17 Tagen gestreamt. Die ist nicht live. Ne. Dann, wenn ihr keine andere Idee habt, dann... ...83 Kilo, 1,77... Ja, aber du wirkst viel dradiger als ich. Und dabei wiegst du drei Kilo mehr und bist acht Zentimeter kleiner. Das gibt's doch nicht. Äh... Gute Argumente helfen ja auch bei Michi-Stützen auf den... Hm? Diese Gummiband-Mädels haben ein interessantes System. 5% der Zeit sind sie online und in 95% steht da nur... ...komme gleich. Und die Leute gucken und blechen das. Okay. Das machen wir nicht. Wir nehmen eine Künstlerin, die auch einen Inhalt bringt. Das ist nämlich die Emily McVicker. Und die singt ja und samplet Musik und gibt sich Mühe. Und wir unterstützen ja andere Künstler, weil ich bin ja auch ein Künstler. Und deshalb reden wir da jetzt hin. So. Ich hab ein Machtwort gesprochen. Hier ist sie auch schon direkt. So. Also Freunde, lieber Discord, wollt ihr mal Tschüss sagen? Ja. Gute Nacht. Ciao. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Ich bedanke mich beim Discord fürs Mitmachen. Ja. Danke, Otto, dass du es gefunden hast. Du hast es ja gefunden, ne? Die anderen haben es nicht richtig gefunden. Philipp hat es ja nicht. Nee, nee, nee. Daher hat der Tipp irgendwer geschrieben. Nördlich von der Wäscherei. Ah, okay. Aber vielen Dank für das Posten, weil das ist echt eine interessante Lage. Vielen Dank, lieber Chat, fürs Mitmachen. Ich sag tschöne mit Öl. Wir reden rüber. Bis demnächst. So, ich schalte euch mal wieder kurz stumm, falls ihr wieder irgendwie Breaking Electro News singt, ne? Das muss ich ja wieder, äh, muss ich auf jeden Fall wieder mit aufnehmen. Hä? Bin ich denn überhaupt drüben? Muss der jetzt drüben sein, ne? Schon lang.